Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zurück, unsere Sommerpause ist vorbei. Und der Sommer auch. Und der Sommer auch, wie wir festgestellt haben, es hat geregnet, als ich hierher kam. Es ist ein richtiges Brettspielweck. Deswegen hast du auch ein Käppi auf, weil es tropft hier vielleicht ab und zu noch rein. Komm, so schlimm ist es nicht, aber von draußen und drinnen. Braucht ihr, es kommt von draußen rein, das muss was Gutes sein. Und es ist so eine Art Zeitreise, wenn ich mich so wirklich daran erinnere. Wir haben den Prototypen von Riechse Bienen mal vorgestellt. Da waren wir noch jung und knackig und frisch. Und dynamisch und voller Energie, also mit noch mehr Energie, als wir jetzt noch wollen. Und es ist so lange her, jetzt dachte ich, es ist bestimmt ein neues Spiel. Und damit ihr auch wisst, ob das ein neues Spiel ist oder nicht, machen wir das nochmal. Ich glaube, ich weiß nicht, hier irgendwo stand mal Sins 2016, also See the Bean. Das erste Spiel von Quality Beast. Richtig. Quality Beast hat damals schon einen sehr interessanten, er ist einen sehr interessanten Weg gegangen. Auf Veranstaltungen wie der Spiel in Essen und aber auch auf der BerlinCon und auf anderen Veranstaltungen. Haben die wirklich ganz, ganz viel mit Leuten, mit ihr, die da vorbeigegangen sind, den Prototypen gespielt. Haben die seinen Ideen mit draufgenommen. War vielleicht deswegen auch ein etwas langwieriger Prozess. Weil da ganz viele Leute mit geredet und gesprochen haben und irgendwie dann doch ein Teil dazu beigetragen haben, dass es das geworden ist. Wenn ihr also an einem Stand wart, wo es gratis Kaffee gab, war die Chance groß, dass es dieser war. Dass ihr dabei wart. Und bedingt natürlich, wie das immer so ist bei Kickstarter, diese ganzen produktionstechnischen Sachen. Dann kam auch noch Covid dazu. Hat das alles echt eine Weile gebraucht, bis es rausgekommen ist. Jetzt hier als physische Kopie. Ich denke, mehr oder weniger alle Bäcker, Bäckerinnen sollten jetzt ihre Kopie haben. Wir haben natürlich da ja auch mitgemacht, haben ja das Preview-Video gemacht. Deswegen können wir euch hier jetzt auch schon ein paar Sachen zeigen. Und ansonsten gibt es natürlich Kopien dann auch noch für den oder die einen oder anderen, die da irgendwie Lust drauf haben. Und wir spielen jetzt mal These Sabine so in der Anfangsvariante. Es hat nämlich in seiner Grundbox verdammt viele Karten generell. Sagen wir vielleicht auch mal ein bisschen was dazu. Wir, wie gesagt, spielen jetzt erstmal so das Anfangssetting, damit ihr mal auch noch einen kleinen Regelüberblick bekommt. Das Ganze ein bis vier Spieler spielbar. Ich glaube, so eine Stunde bis 90 Minuten wird angegeben. Ja, guck mal mal, also wir haben ja bestimmt zwei Stunden. Na, naja, ja, na, wir quatschen ja auch immer noch ein bisschen. Ja, natürlich, wir müssen die Sachen ja auch erklären. Ich meine, das ist ja auch gar nicht böse. Ja, das stimmt. Das ist ja so hier wieder, als wenn du glaubst, dass wir hier... Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Habt ihr jetzt noch Lust, euch ein Käffchen zu machen oder einfach nur ein Wasser? Ein Käffchen. Tut das natürlich. Und wir haben für euch jetzt schon mal aufgebaut. Und ihr seht jetzt vielleicht das ein oder andere Komponentchen-Material, was nicht in der Retailbox drin ist, sondern Teil der Kickstarter-Sache. Also wir haben ja zum Beispiel so eine Playmate. Da gibt es zwei Stück davon damals. Ach, die Playmate. Ja, da haben wir uns jetzt mal hier für dieses... Die mit den Flecken, da muss ich das so aufhören, wenn ich klecke. Ja, die mit den abgerundeten Ecken, da für ein bisschen entschieden. Ansonsten, was auf jeden Fall mit schon in der Corebox dabei sind, sind halt hier diese tollen Materialien. Wir können ja, vielleicht können wir euch im Detail nochmal zeigen, das ist wirklich hier so diese Zucker-Cubes. Ja, oder generell alleine die Säckchen. Wir können sagen, ich habe mit Dylan, quasi der Designer und auch der Chef von Quality Beast gesprochen, er meinte, er macht nie wieder Stoffproduktionen in Brettspielen, weil das ist nochmal ein ganz anderes, ja, was soll ich sagen, eine ganz andere Liga. Somit ist es wieder ein Unikat. Da wird es nie wieder geben. Also diese Stoffbeutelsachen wird es wahrscheinlich in anderen Spielprojekten jetzt nicht mehr geben. Und da fällt mir gerade ein, wo ich jetzt hier über den Aufbau gerade rede. Wir müssen uns nämlich noch Startressourcen geben, Piet, das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Ja, machen wir einfach. Kommen wir gleich nochmal dazu, gucke ich gleich nochmal nach. Wir haben jetzt hier auf dieser tollen Playmat aufgebaut unsere sechs unterschiedlichen Kundengruppen, also hier sowas wie Fahrradkuriere, dann irgendwie die Party People, was haben wir hier noch, Hipster-Werte. Und aus diesen sechs Kundengruppen haben wir jetzt hier unseren Hauptspielbestandteil zusammengestellt und da gibt es in der Grundbox jede Menge andere Gruppierungen noch. Also wirklich, diese Box, die ist voll bis oben hin, da hat man eine extreme Variant. Es gibt eine extra Anleitung, die über diese ganzen weiterführenden Regel, Zusatzmodule, wie gesagt, irgendwie ein bisschen Expertenvarianten und, und, und. Die ist dicker als die Spielanleitung selber, also da hat man wirklich eine extrem hohe Variant. Selbst wenn ihr jetzt nicht irgendwie nochmal so eine Fünf-Spiele-Expansion habt, da sind nur nochmal ein paar mehr Karten drin. Es gab auch noch so ein paar Promo-Karten-Sets. Diese Promo-Karten-Sets, die kann man fast zwar nachlässigen, das ist eher so ein Gag, aber hier in der Grundbox wirklich viel, viel Kartenstack. Es geht natürlich hier im Thie-Sibin darum, wir sind ja aufstrebende Barista, haben unser eigenes schönes Paffee und wollen natürlich die Besten, der Besten werden. Oder, Piet? Natürlich. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Und da sind wir natürlich auf gute Bewertungen angewiesen von den Leuten, die unser Café besuchen. Das muss ich ja rumsprechen. Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir letztendlich hier unsere guten Bewertungen, diese Marker hier. Die sind auch ein Indikator, wann das Spiel zu Ende ist. Im Zwei-Personen-Spiel haben wir hier 40 von diesen positiven Bewertungen. Sind diese positiven Bewertungen unter uns aufgeteilt? Oder einer dieser drei Stapel hier ist alle, dann ist das Spiel zu Ende. Und dann werden wir diese positiven Bewertungen und auch noch ein paar andere Dinge, die letztendlich Punkte geben, zusammenrechnen. Wenn wir das zu zweit schaffen, Stapel zu viel Leute aufzubauen, dann haben wir richtig viel in unser Café gesteckt. Das hat Piet schon mal jetzt gut angedeutet. Diese Bewertungen variieren nach Spieleanzahl. Diese Stapelsachen letztendlich variieren nicht nach Spieleanzahl. Da geht es nur darum, was für Kundengruppen sucht man sich aus. Das sind auch immer sechs an der Zahl. Außer es gibt noch ein paar andere fancy Sachen. Aber da ist sozusagen der Inhalt dieser Stapel unterschieden. Dann haben wir hier noch einmal so Achievements. Seht ihr hier? Sind wir auch wieder zwei Personen. Deswegen nehmen wir schon zwei offen aus. Da kann man theoretisch bis zu vier Achievements in seinem Café haben. Kommen wir gleich aufs Tableau hin. Und dann haben wir hier unten, wie das immer so ist, es gibt ja auch nicht immer nur gute Bewertungen. Es können Kunden auch mal unzufrieden sein. Nee, verrückt. Deswegen gibt es hier Negativbewertungen. Da braucht man auch nicht wiederkommen. Ja, im besten Falle nicht. Und die Ressourcen haben wir eben schon ein bisschen gezeigt. Wir haben hier Kaffeebohnen auch wirklich an Original Kaffeebohne orientiert. Dann haben wir Milch und Zucker. Und ihr seht hier vielleicht noch so ein bisschen Braunzucker und hier so kleine Schokomilchsachen. Das ist eigentlich nur ein Substitut. Das sind einfach fünf Zucker, wenn man mal wirklich viele Zucker hat. Also eine Schokomilch sind fünf Milch. Der braune Zucker. Eine Schokomilch sind fünf Milch. Ja, das ist im Original auch so. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Und dann haben wir hier unseren coolen Stadtbereich, damit eigentlich auch schon ganz gut im Überblick gehabt. Diese drei Kartenstapel sind eigentlich unsere potenziellen Kunden, die wir letztendlich in unseren Kundenstapel bekommen, die nochmal reinschnitzeln, die halt bestimmte Vorlieben haben. Also wir müssen die alle irgendwie bedienen. Ihr seht schon, hier gibt es immer links und rechts in den Ecken so Sachen. Da gibt es einmal eine Hauptbestellung, nochmal eine Zusatzbestellung und eine Fähigkeit, die auch ausgelöst wird. Und das ist auch hier das, was das Spiel dann, ich sag mal, so einen Ticken komplexer macht. Die Grundmechaniken sind relativ überschaubar, aber je nachdem, was man sich hier zusammenstellt, hat man halt ein paar mehr Spezialeffekte, die so ein bisschen ineinander triggern können. Und dann haben wir das, was ich immer irgendwie so ein bisschen durcheinander bringe. Aber das hier, diese Karten sind Tresenverbesserungen, die geben uns auch nochmal Boden in erster Linie, zum Beispiel um Ressourcen zu beschaffen, nochmal ein bisschen Discount auf den Tresen. Einfach zu sehen am Fotoautomat, wenn du den auf den Tresen wirfst. Ja, aber das sind ja hier die Tresen und das ist die unten. Ich meine nur, falls du nochmal Schwierigkeiten hast. Ja, okay, du hast schon recht. Den Fotoautomat, den werden wir nicht auf den Tresen stellen. Das sind nämlich sogenannte Stilverbesserungen, die dann wiederum auch bestimmte Sachen dann eigentlich nicht so unsere Ressourcenbeschaffung beeinflussen, sondern eher nochmal uns so ein paar Effekte geben. Und damit würde ich auch schon sagen, Piet, kommen wir mal hier zu deinem Kaffee. Jeder von uns hat nämlich so ein Kaffee-Tableau und das ist auch ziemlich cool. Ihr seht jetzt hier schon blaue Bohne. Das sind auch alles Kaffees, die in Berlin Bestand haben. Die vier, die wir hier im Grundspiel haben, sind alles Cafés aus Berlin. Deswegen kann man sich auch eine wilde Mischung an Leuten zusammenstellen, weil Berlin ja bunt ist. Und was wir sehen, wir haben also zwei Mitarbeiter, die wir hier benutzen können und die Einsetzfelder hier links und rechts, wo wir die entsprechenden Ressourcen oder halt Aktionen ausführen. Wir haben unseren Achievement-Track, das heißt also, was wir hier oben erreichen müssen. Hier sind es einfach fünf ungleiche Verbesserungen, drei gleiche Verbesserungen und zwar der Art und nicht von dem... Was meinst du, das ist einmal Tresen- und Stilverbesserung? Ja genau, das ist einmal Tresen- und Stilverbesserung, aber die drei gleiche, derselben Art. Das heißt also nicht unbedingt, dass ich drei Croissants brauche, sondern dass ich dreimal Partfahrer brauche. Und wenn ich sowas erreicht habe, dann, wie Alex schon sagte, kann ich mir so ein Achievement nehmen und dann könnte ich mir das hier sozusagen abdecken. Jedes Achievement ist fünf Punkte am Ende. Was habe ich hier unten? Hier unten haben wir noch einen Hype, das heißt also, wie angesagt ist unser Café in der Stadt und das bedeutet auch, wenn wir fangen hier bei zwei an und das heißt, wir kriegen, wenn wir in der Kundschaftsphase sind, kriegen wir halt einfach zwei Kunden zugewiesen, die dann unserer Tür knopfen und dann dementsprechend bedient werden müssen. Dann steigt es nach oben, kommen natürlich mehr Leute, die wir bedienen müssen. Bedienen müssen, vielleicht sind wir gar nicht so positiv erfreut, dass die kommen, aber so ist das halt im Café. Genau, wir spielen noch die freundlichste Variante, wo wir nicht einfach bei anderen Cafés noch Leute anbauen. Und es kann allerdings passieren, dass wir so gut sind, dass der Hype sich so ausbricht, dass wir sozusagen berüchtigt sind. Wenn wir dann den Hype Meter noch nach oben treiben würden, dann würden wir einfach eine gute Bewertung kriegen und die fünf Leute kommen trotzdem, die wir bedienen müssen. Ja, und so geht es soweit, bis wir alle bedient haben. Dann geht es halt wieder in die Aufrufphase, bis wir irgendwann diese 40 Bewertungen ergattert haben, die es hier anscheinend in dieser Stadt gerüchtenweise gibt. Man kann natürlich auch im Laufe des Spiels, auch in dieser letzten Runde, noch ein paar mehr Bewertungen sich holen. Da gibt es auch noch ein paar extra gute Bewertungen. Und ich habe ja schon gesagt, wir müssen unsere Startressourcen geben und wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, starten wir mit fünf Bohnen und einer Milch. Ich hoffe, da habe ich mich jetzt nicht verzählt und nachher waren es sechs Bohnen. Ist egal, aber wir starten, wir jetzt starten hier mal mit fünf Bohnen und einer Milch. Lange jetzt für uns beide gleich. Ja, ja. Ihr habt vielleicht hier gesehen, hier gibt es auch noch so einen Messlöffel, ja. Es gibt nämlich so eine optionale Variante. Da kann man, wenn man sich Bohnen nimmt, hier mit diesem Messlöffel das hier so rausnehmen, darf die dabei nicht verschütten und hat aber dann die Möglichkeit, sich mehr Bohnen zu nehmen als normal. Bei normal spielt man einfach, nimmt sie sechs. Wir spielen, Piet hat es ja gesagt, genau sechs Bohnen. Damit spielen wir es jetzt auch mal, dann wird das Ganze weniger ein Geschicklichkeitsmoment, sondern eher ein strategisches, taktisches Moment. Aber ja, wenn man möchte, man kriegt hier auf jeden Fall mehr als sechs, drei, ne? So acht oder so ist schon eine Möglichkeit. Aber ich wollte mir hier gar nicht mehr Sachen nachschummeln. Also fünf Startbohnen und eine Milch. Aber weniger Schummeln macht keinen Sinn. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Fünf Phasen werden wir jetzt pro Runde spielen und beginnen tun wir mit der Aktionsphase. Und ihr seht schon, Piet, ah, das seht ihr bei Piet, Piet hat eine volle Tasse. Ja, warte kurz, ich habe mich geschummelt. Eine volle Espressotasse, das ist natürlich auch Deluxe Kickstarter-Material, da gibt es einfach Pappmarker. Das ist der Startspielmarker und ich habe eine leere Tasse. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, warum gibt es noch eine leere Tasse? Also es gibt hier so einen Mechanismus, der, der die leere Tasse am Ende hat, der bekommt den Startspielmarker, also die volle Tasse. Man hat aber auch die Möglichkeit, die leere Tasse sich zu sichern. Also Piet könnte im Laufe des Spiels, obwohl er Startspieler war, sich die leere Tasse besorgen. Dann hat er beide und dann wechselt es so. Also, ja, erste Aktion, wir können zwei Aktionen machen. Wir haben ja unsere zwei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da, unsere kleinen Miepel. Und ja, wir haben ja sechs Aktionsfelder, Piet, und du darfst erstmal schauen, was du machen willst. Wir machen jetzt erstmal jederzeit. Wenn ich mal der Wahl habe. Also Piet macht eine Aktion, ich mache eine Aktion, haben wir unsere beiden Aktionen, geht es weiter. Ja. Weißt du schon, was geht, auch was du so Lust hast? Wenn ich Bock habe, meinst du? Mich lacht ja so ein bisschen die Industriebeleuchtung an. Mich lacht die Industriebeleuchtung an, die hier, die fancy Blüten. Oder die mehrsprachige Karte. Also so ein bisschen ist ja alles ganz schick. Oder der Verstärker ist auch gerade mit dem kleinen Kaktus drauf. Das stimmt, ja, und diese Trompetenlampe. Also Artwork ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mein kleiner grüner Kaktus. Da kann man sich nicht beschweren. Aber ich glaube, ich werde einfach mal eine Riesenverbesserung. Warum? Ja, seht ihr hier auch, das Symbol daneben. Wenn man falsch guckt, könnte man auch denken, er hat einen Totenkopf und das ist eigentlich ein Ninja. Der liegt auf dem Rücken, du zeigst ihn einfach nur mit der Schleife. Deswegen. Ja, ja. Aber ist ja okay. Okay, Piet hat sich jetzt für dieses Aktionsfeld entschieden. Das ist ja klar, also Arbeiter-Einsatz-Mechanismus. Das Feld kann er jetzt in dieser Runde nicht nochmal belegen. Da ist jetzt nur ein Icon daneben. Er hat ja noch nichts ausgebaut. Also darf sich Piet jetzt eine von seinen Tieren, wir waren Tresenverbesserung, darf sich jetzt eine offenliegende Tresenverbesserungskarte aussuchen. Ja, spannend. Auf jeden Fall bin ich für Berliner Krapfen. Ah ja, warum nicht, oder? Oder medizinische Mild. Ja, da ist irgendwie auch so ein bisschen Hanf abgebildet. Hemdmild ist Hanfmild. Hat auch hier diesen Sohär. Ach so, dann habe ich ja Musiker. Berliner Krapfen ist schon gut, ja. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Das ist einfach Pfandkuchen, Mann. Ach so, ich dachte wegen dem Symbol ist voll gut. Ja, natürlich, klar. Du guckst natürlich nach Symbolen und Sachen. Koffein-Streusel. Was diese ganzen Symbole ist. Koffein-Streusel. Ich nehme hier mal die Karte aus dem Ablagestapel. So, das heißt, ich nehme diese Karte und lege die hier schön bei mir an. Katsching. Und habe damit mein Etablissement ausgebaut. Aber dabei bin ich ja noch gar nicht fertig, weil wir müssen ja hier die Auslage machen. Das heißt also, die Karte rutscht direkt auf den Ablagestapel. Ja, dieser hintere Bereich ist hier der Ablagestapel. Oh, jetzt kommt der Irish Coffee. Der ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil wir haben trotzdem Zugriff darauf. Halt immer auf die erste Karte. Irgendwann werden hier mehr Karten liegen. Auch der Irish Coffee kommt jetzt. Ja. Gut, also Piet. Das ist ein Glück, dass wir immer drauf. Hör ich total an. Piet hat jetzt seine erste Aktion gemacht, hat sich ein bisschen verbessert. Ihr seht ja jetzt schon in seinem linken Bereich. Wenn er da jetzt eine Aktion ausführt, kann er schon mehrere Sachen halt ausführen pro Aktion. Das war insofern ja ganz vernünftig. Ich bin jetzt sozusagen in der gleichen Situation darüber jetzt mal nachzudenken. Und ja, mehr Zucker. Jetzt müsste man... Wir kennen ja theoretisch unsere Startkundschaft. Die sind zusammengestellt aus vier... Ja, aus unserem Freundes- und Familienkreis. Gratis nachfüllen. Es ist einfach nur so ein bisschen vom Thema her. Ist ja immer... Re-re-films, ja. Aber siehst du, gibt ja auch auf jeden Fall gute Bewertungen. Oder was gratis kriegst, wenn du einmal was gekauft hast. Wenn man auf Kaffee geht, oder da gibt es immer ein bisschen mit. Aber Irish Coffee ist auch irgendwie lässig. Was ist denn hier? Du bist ja... Nein, 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 nein. Das ist das hier. Da kannst du Flanelle eben nehmen. Stimmt, das könnte man natürlich auch schon tun. Nein, aber ich will auch... Ich nehme den Irish Coffee, Pete. Ich kann das nämlich auch. Also, ich gehe hier jetzt auch auf so eine Tresenverbesserung. Ihr seht es ja vielleicht hier... Ich hätte aber Irish Coffee mit Koffee-East-Häusern. Ich nehme mir jetzt hier den Irish Coffee. Tresenverbesserungen werden ja hier hinten angenehmt. Ich lege den mal hier schon mal nach. Ja, da hast du schon mal nachliegende Karte. Den Avocado-Kuchen. Uh, Avocado-Kuchen. Und jetzt ist Pete wieder an der Reihe. Seine zweite Aktion. Ja, und ich weiß gar nicht, ob von meinen Startkarten irgendjemand Zucker braucht. Also, ich glaube schon, wenn du jetzt auch noch deren Sekundärbestellung, also das, was sie noch optional haben können, da gibt es einiges. Ich glaube, die Oma, die will gerne ein Stück Kuchen essen. Ja, denn die Oma ist gerne ein Stück Kuchen. Natürlich, das ist ja die Oma. Das werdet ihr dann auch sehen. Das sind Sachen, die muss man da nicht unbedingt abwandeln. Aber kann man, wenn man macht, für gute Bewertungen auf jeden Fall. Also, ja, sich jetzt Zucker zu besorgen, könnte eine Möglichkeit sein. Ihr seht schon, wenn Pete sich jetzt unten Zucker besorgt, dann kriegt er gleich diese Blase mit dem Stern. Ja, ich überlege gerade, ob ich mir den Cocktail-Kenner anlache, weil ich ja so einen Donut habe. Kannst du machen, ja. Aber ich glaube, mein Barista gibt zwei Möglichkeiten, habe ich. Wenn ich die nicht, kriege ich schlechte Bewertungen wahrscheinlich. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, das ist immer so, ne? Ach, weißt du was, bevor das verschwindet? Ich brauche meinen kleinen, grünen Kaktus. Und wenn Omi keinen Kuchen kriegt, auf jeden Fall eine dekorative Instrumente. Lege ich sie mal hin. Da hat er jetzt einen coolen Verstärker. Auf jeden Fall. Rutscht es jetzt wieder rüber. Hätte ich mal andersrum machen. Guck mal, Berliner Bärstatue ist natürlich auch lässig. Ja, und ihr seht, hätte ich das natürlich vorher andersrum gemacht. Also hätte ich mir erst die Verbesserung geholt und das, dann hätte ich es natürlich schon. Ja, ich denke, dein Plan, ich dachte auch, du holst dir jetzt wahrscheinlich nicht Ressourcen oder so. Ja, aber wie es immer so ist. Ist ja okay. Ich werde das jetzt einfach nämlich mal machen. Ich gehe jetzt hier mal mit meinem zweiten Arbeiter hier hin und kriege jetzt, seht ihr vielleicht hier, ich habe hier zwei Icons mit jeweils drei Zuckerwürfen. Also ich kriege jetzt sechs Würfel. Piet hat mir jetzt hier einen Fünfer und einen Einer gegeben. Also es sind jetzt sechs Zucker. Ja, ich wollte jetzt nicht in dem... Ja, ich brauche das, glaube ich, nachher dann schon, um es aufzuteilen, aber das ist auch nicht sicher. Ja, fast. Fast, fast, fast. Ja, und der schmeißt es natürlich rein. Ja, sehr cool. Also habe ich mir hier sechs Zucker geholt. Bei diesen Karten, die hier anlegen, ist immer ganz wichtig. Das kann sich natürlich hier auffüllen in allen möglichen Bereichen. Man darf nachher immer nur, sage ich mal, acht Icons werten. So ein Icon kann, wie gesagt, aus mehreren Ressourcen bestehen. Wir haben halt ein Grund-Icon und eins auf der Karte. Vier Icons darf ich halt werten, wenn ich hier mehrere Karten habe. Vier muss ich mir dann aussuchen. Und ziemlich cool, auch in der Erweiterung gibt es hier auch so Plättchen. Also auch in der Corebox, aber als Erweiterungsmodul, da kann man seinen Kaffee ein bisschen individualisieren. Jetzt starten wir ja mit all den gleichen Dingen. Und das Ganze kann man dann noch ein bisschen anpassen. Jetzt haben wir beide unsere Arbeiter eingesetzt. Und jetzt geht es auch schon in die Hype-Phase über. Die Hype-Phase, wir haben ja am Anfang mit zwei Hype gestartet hier unser Hype-O-Meter. Bedeutet jetzt einfach, dass wir die zwei Kunden, die zwei ersten Kunden von unserem Stapel hier aufdecken und hinlegen. Eins, zwei. Ich habe einen faulen Freund und eine Oma gezogen. Der faule Freund und die Oma. Auch die Oma gezogen. Na Mensch, da haben wir ja gut gemischt, würde ich sagen. Und jetzt fängt Piet einfach an, als erstes seinen faulen Freund zu bedienen. So, da haben wir ja hier die Kanu und wir müssen halt ausschenken. Wir fangen immer vorne in der Reihe an, weil er ja die erste Person ist, die in der Schlange ist. Das heißt, wir fangen hier an. Ich muss hier eine Bohne bezahlen, damit er zufriedengestellt wird. Das machen wir natürlich. Eine Bohne geht zurück. Und dann geht es zur Oma. Nee, warte, das machen wir, das bin ich erst mal dran. Okay. Du kannst aber in der Zeit schon mal meinen Weg der Ressourcen verteilen. Ich würde jetzt natürlich sagen, ob ich noch den Donut bezahlen möchte, wo ich ja zwei Zucker füge. Ich habe keinen Zucker genommen. Generell brauche ich auch nur einen, weil ich ja einen Donut habe. Aber das kommt in einer anderen Geschichte. Ich habe jetzt schon mal, und das kann man auch machen in der Zeit, jetzt schon mal ein bisschen was genutzt. Meine Ressourcen, das theoretisch... Okay, alles gut. Also, ich kann das auch simultan machen, glaube ich. Es gibt ein paar Gründe, wo man das manchmal vielleicht nicht machen sollte. Ja, weil du, wenn du Kunden anwirfst... Genau. Also, ich bediene jetzt hier mal auch mal den faulen Freund. Ich gebe halt eine Bohne für seine Hauptbestellung aus. Und dann gebe ich jetzt noch mal für diesen optionalen Wunsch, der möchte einen Donut haben. Einen Donut, all diese Südigkeitensymbole oder extra Sachen, die bedeuten einfach das Doppelte. Das ist ein Zucker, also zwei Zucker pro Donut-Symbol. Außer, wenn ich hier zum Beispiel in meinen Verbesserungen einen Donut hätte. Ich habe hier nur so ein Espresso, Spezialkaffee-Sachen. Da kriege ich also dann immer einen Discount von eins. Ich muss jetzt also zwei Zucker bezahlen. Das mache ich auch mal. Dann, dafür seht ihr das schon, gibt es hier einen kleinen Bonus dieser Stern. Ich bekomme jetzt also meine erste gute Bewertung hier. Also hier eine super Bewertung. Das ist jetzt schon mal mein erster Pluspunkt. Zusätzlich, weil ich die Hauptbestellung gemacht habe, würde die Spezialfähigkeit triggern. Das ist aber hier so eine passive Fähigkeit. Der kann nämlich nie verärgert werden. So, Piet, wie sieht es aus bei deiner Oma? Was kriegt die von dir? Die kriegt auf jeden Fall zwei Kaffeebohnen. Die kann ich schon bezahlen. Und dann hätte sie gern ein Stück Kuchen. Das kann ich ihr leider nicht geben. Aber ich kriege ja dafür eine gute Bewertung. Ja, Oma ist einfach mit einem guten großen Kaffee schon zufrieden gestellt. Und die ist natürlich auch WGN. Cleaner than Joe does place and great coffee too. Also, wir sind sauberer als unsere Mitbewerber. Piet hat ja diesen Reservierungsmarker. Der würde jetzt theoretisch auf die Oma kommen. Und der ist ja jetzt auch fertig. Den kannst du jetzt cool einfach umdrehen. Diese Kanne ist dann ausgeschenkt. Weil später im Spiel haben wir vielleicht unterschiedlich viele Kunden in unserer Schlange. Da können andere Leute dann auch fröhlich weiter bedienen. Und ich gehe jetzt auch zur Oma. Also, ich gehe jetzt hier die Oma bedienen. Ich gebe also auch zwei Kaffee für Raubbestellungen aus. Kriege also hier nochmal eine Bewertung. Und Kuchen gibt es natürlich auch bei mir. Oma pro Kuchensymbol hier. Zwei Stücken Zucker. Die sollte nicht so viel Kuchen essen. Aber egal. Du hast ihr da Kuchen gegeben. Ja, ich habe ihr das gegeben. Ich sage ja nur, sie sollte nicht so viel essen. Ach so, so unterschwellig Omi ist nicht. Ja, du hättest ja auch upgraden können, dass du... Dass ich Omi nicht so viel Zucker nehme. Das stimmt, das stimmt. So kann man das auch sehen. Damit sind wir jetzt beide mit unserer Bedienung durch. Und dann gibt es quasi jetzt noch ein Ende des Bediens. Wir gucken sozusagen, wer liegt jetzt in unserer Schlange. Es gibt letztendlich neutrale Kunden. Dann gibt es welche, die sind zufrieden und verärgert. Überall, wo kein Marker drauf ist. Und zwar gibt es hier, wie gesagt, einmal einen Zufriedenheitsmarker und hier einen verärgert Marker. Diese Marker kamen jetzt hier noch nicht zum Einsatz. Das heißt, alle Kunden von uns sind gerade neutrale Kunden. Das bedeutet, die werden jetzt einfach auf den Ablagestapel gelegt. Das ist ja auch Familie. Genau, kommen wir jetzt einfach hier neben unseren Nachsichtstapel. Da hast du natürlich zu Ende gelegt. Da hast du natürlich, du kannst ja darüber auch hinlegen. Ich habe ihn ja hier hinlegt. Und meinen Nachsichtstapel links von der Tasse. Zum Beispiel. Damit ist jetzt das Bedienen beendet. Und dann geht es jetzt in die Weiterempfehlungsphase. Und das ist eigentlich auch ganz interessant und auch sehr thematisch. Da kommen jetzt auch mal so ein bisschen weiter diese Symbole hier zum Tragen, die wir sehen. Unsere einzelnen Kundengruppen. Also die einzelnen Kundengruppen hier, wie unsere Partypeople. Die sind ja farblich und iconmäßig gekennzeichnet. Und bei der Weiterempfehlung gucken wir jetzt bei uns, was für Kundengruppen gehen denn eigentlich gerne in unserem Café und empfehlen es denn wirklich weiter. Ich gucke mal hier bei mir. Ich habe jetzt hier gerade keinen Kunden in der Schlange noch zu stehen. Es kann auch sein, dass wir Kunden noch weiter in der Schlange haben. Aber ich habe hier ein Symbol, was sozusagen den Partygänger zeigt. Das heißt, in meinen Ita Miss Blur, weil es Irish Coffee gibt, würden gerne Partygänger sein. Pete wiederum hat auch dieses Partygänger-Symbol. Aber er hat ja sich diesen Verstärker auch geholt. Und du kannst hier sogar Musiker nehmen. Und Pete ist ja Startfühler. Du bist einfach jetzt auch als erstes dran. Und du kannst jetzt mal gucken. Entweder kannst du hier diesen Rapper da nehmen oder den Cocktailtypen. Und der kommt dann einfach in deinen Ablagestapel. Wie ich ja festgestellt habe, den Cocktailtypen wollte ich vorher schon haben. Ich nehme den einfach mal mit. Gut. Das heißt, hier rutscht es jetzt wieder auf. Es kann jetzt durchaus sein, der Fall tritt auch ein. Und das ist auch legitim. Jetzt gibt es hier gerade keinen Partygänger mehr. Seht ihr? Es gibt dieses Lese. Und ich habe hier gerade keinen anderen bei mir liegen. Tja, mein Café wird irgendwie in den falschen Kreisen anscheinend empfohlen. Und da gibt es gerade keine. Deswegen kommt da jetzt kein neuer Kunde, Kundin zu mir in den Ablagestapeln. Ja, möglich. Kann schon sein. Aber so ist es halt. Dann geht es jetzt Richtung Feierabend. Ich habe ihm gesagt, er soll ja recht koffeln. Ja, das stimmt. Das hat es gut gesagt. Feierabend. Wir nehmen jetzt unsere Miepel hier wieder zurück. Machen unsere Felder sozusagen wieder leer. Die Stadt hier wird einmal ein bisschen neu aufbereitet. Also die letzte Karte kommt auf den Ablagestapel. Die rutschen rüber und das wird neu aufgedeckt. Ja, mache ich mal. Wir würden jetzt auch gucken, ist im Verlauf dieser Runde die Sieg-Ende-Bedingung, also alle positiven Bewertungen weg oder ein Stapel leer. Dann würde es jetzt... Unternehmertreffen, also Entrepreneur-Meetup, Bäckereipartner. Oh, da gibt es richtig gut Zucker natürlich. Und die freundliche Personalerin. Und dann ist es letzt in der Feierabendphase. Derjenige mit der leeren Tasse bekommt jetzt die volle Tasse und die leere Tasse geht links zum sitzenden Spieler. Zum links sitzenden Spieler. Wenn ich stehe, geht es dann wieder vorbei. Ist es ja in dem Fall nur ein Spiel, das man nicht im Stehen spielen darf. Und jetzt beginnt die neue Runde. Ich bin der Startspieler. Und wer hätte das gedacht? Es beginnt natürlich wieder mit der Aktionsphase. Einer der ersten Sachen. Und jetzt gucke ich mal hier, was hier Neues rumgekommen ist. Und ja, und ihr seht nun. Wir wollen also jetzt gut Leute bedienen, um damit positive Bewertungen zu machen. Wollen uns so ein bisschen so eine Engine aufbauen, hier durch diese Tresen- und Stilverbesserung. Und ein Punkt auch noch, quasi neben diesen Achievements, die man haben kann in seinem Café, ist die Pro Achievements sozusagen fünf Punkte geben. Und am Anfang auch noch ein paar Ressourcen, wenn man das bekommt. Haben wir hier diese eigenen Kundengruppen-Achievements noch. Da will man nachher möglichst viele von diesen Kundengruppen-Symbolen haben. Und gibt dann auch nochmal für die Kunden Punkte. Das ist halt, wer die meisten Sachen davon in seinem Deck hat am Ende. Also in dem Deck und was hier so alles anliegt. Der gewinnt das Achievement und kann dann seine Kundenanzahl nochmal zu seinen Punkten rechnen. Also man möchte halt eigentlich viele Kunden davon haben, von einer Sache, dass man da auch viele Punkte kriegt. Oder man nimmt halt, man guckt, dass man... Das Unternehmer-Treffen aber. Aber ich gucke auch gerade mal, was hier so aussieht. Hier liegen gerade natürlich auch ziemlich viele Unternehmer. Ich habe aber irgendwie, ich brauche auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Ressourcen. Das ist ja immer das Problem in so einem Spiel. Man braucht Ressourcen, die kommen nicht von alleine. Man braucht immer diese verdammten Ressourcen. Und ich sage mal, Oma-Avocado-Kuchen zu geben, ist ja vielleicht auch gar nicht so schön. Einfach, weil es irgendwie cool ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob man damit gewinnt. Aber ich hole mir jetzt nochmal so eine Tresenverbesserung. Gehe halt hier rüber und hole mir den Avocado-Kuchen. Und bei den Tresenverbesserungen ist es halt so, ihr seht ja hier diese beigeteilten Sachen. Einmal die Kundengruppe und einmal die Spezialressource. Die Kundengruppe sieht man wirklich nur von der letzten Karte. Die wird jetzt hier so rübergelegt, sodass diese Icon-Leiste sich vervollständigt. Die Spezialressourcen auch zu sehen sind. Ich habe also immer ein Kuchen-Symbol und dieses Espresso-Symbol. Und jetzt habe ich hier aber noch den Hipster-Bereich. Und es kommt dazu, die heiße Hüte. Heiße Hüte? Heiße Hüte. Was ist denn für die Radfahrer-Gruppe hier, die Biker? Ja, bitteschön. Die Jukarat-Kuriere, Alter, drei Kaffeln-Bereich. Ja, damit er richtig Turbo hat, wenn er mal den Berg holen muss, dann nimmt er mal einen Sipp. Ja, Pieps, wie sieht es aus bei dir? Was nimmst du? Ganz einfach, ich folge dich, nehme nämlich eine Verbesserung. Und zwar schiele ich schon, weil ich ja hier so einen Soja-Menschen habe. Auf dieser medizinischen Milch. Ah ja, okay, ja. Dann nehme ich das Soja-Icon. Dann kann ich das ja auch ranlegen. Dann kann ich es auch so ranlegen, dass es hier die Schlange gibt. Und dann kriege ich noch eine Person. Eine Weiterempfehlung hat Piet sozusagen dann noch aktiviert. Ja, das hat einfach den Verstärker laut genug aufgedreht. Und das ist jetzt das gleiche, leg die nochmal nach die Karte, das ist jetzt wieder das gleiche System. Moloko Plus. Piet hat ja jetzt Symbole bei sich liegen, ausliegend. Piet also zweimal dieses Musiker-Symbol. Das heißt, Piet hat jetzt auch eine Weiterempfehlung für Musiker. Hier liegt jetzt dieser eine Musiker. Und den legt er jetzt in seinen Laden. Was braucht er denn eigentlich Soja und eine Torte will der haben? Dann müsste ich mir nochmal eine Torte organisieren. Wir haben jetzt hier den alt, was alter Backpacker? Auf jeden Fall, älterer Backpacker. Okay, eine aus dieser Reise. Minus eineinhalb. Und dafür aber plus eine Person, die er mitbringt. Gut, dann meine zweite Figur, die ich hier einsetze. Also ich habe jetzt hier noch zwei Zucker. Bei mir ist langsam so ein bisschen der Kaffee ausgegangen. Ich habe jetzt noch zwei Kaffee ausgegangen. Bei dieser Kaffee ausgegangen. Ja, bei mir auch. Zwei Leute. Die Frage ist halt. Also das könnte man jetzt eigentlich schon kennen, weil wir haben nur vier Karten. Also ich weiß, dass jetzt noch der Opa drin ist und die beste Freundin. Was die jetzt gerade brauchen, habe ich allerdings vergessen. Das ist auch nicht. Aber hole ich mir jetzt nochmal. Was gibt es denn hier nochmal für coole Karten eigentlich? Planellhemd. Ich brauche, glaube ich, nochmal. Ich glaube, ich hole mir fast dieses Unternehmer-Treffen vielleicht. Ja, ganz schön. Ja, aber irgendwie auch so ein bisschen. Wie es immer so ist. Aber dann kannst du dir hier einen dieser Computerfigur da nehmen. Ach ja, ich mache das ja. Ich mache mir jetzt mal hier eine Stilverbesserung. Stilverbesserung wähle ich aus. Und dann hole ich mir jetzt hier das Unternehmen. Unternehmstreffen. Und die Stilverbesserung wird jetzt hier angelegt. Damit habe ich jetzt auch die guten Unternehmer oder die heißen, glaube ich, Start-up. Die Start-up-Leute. Und habe jetzt das hier so ein bisschen natürlich auch aufgewertet. Frühe Öffnungszeiten kommen dazu. Wir open it dawn. Für wen ist das? Auch für die Unternehmer und die Start-up-Leute. Die müssen ja früh zur Arbeit. Die open it dawn. Ja, auf jeden Fall. Ja, damit habe ich meine zwei Aktionen gemacht. Und Piet, du hast jetzt noch eine Aktion. Die Kaffeetasse habe ich im Kopf. Weißt du das noch? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Aber die gucken wir einfach nach, wenn wir weitermachen. Da können wir eh nicht mehr. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Bedienen zu tun, weil das ist das Icon. Ich nehme es ja eh nicht. Alles gut. Ich will es trotzdem jetzt wissen. Ja, kannst du ja machen. Mach die Tasse. Falls du die schon hast, erhöhst du den Hype um eins. Ich nehme also vier Zucker und hole mir eine gute Bewertung. Und diesmal schreibt Hylian best place to steal time from your older self. Und bin dann fertig. Ja, vier Zucker und eine positive Bewertung. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und dann haben wir jetzt wieder alle unsere beiden Aktionen mit den Miepeln hier ausgeführt. Jetzt ist wieder die Hype-Phase. Ich bin Hype noch zwei. Piet, du auch, oder? Ja. Das heißt, wieder... So viel Hypen bei uns nicht. Es kommen jetzt hier wieder zwei Leute rein. Bei mir kommt... Opa und... ...beliebte Freundin und mein Opa. Ja, das war ja abzusehen. Jetzt nur in anderer Reihenfolge. Ja. Und Piet, ich beginne mal bei mir. Mach das. Und zwar habe ich den Opa. Und ich lege die mal. Da habe ich diese eine Bohne. Sie will Milch und eine Bohne. Und ich kann noch überlegen, ob ich ihr im Croissant gehe. Das überlege ich. Aber ich werde jetzt erst mal den Opa bedienen. Opa will einfach nur einen Kaffee. Guckt ein bisschen grimmig. Das erinnert mich so ein bisschen an hier oben. Oben, weißt du? Den Animatoren. Ja. Also Opa... Aber gib mir den vielleicht ein paar Luftballons. Dann freue ich mich. Kriegt eine Kaffeebohne. Und jetzt bei den Freunden sind die Effekte immer noch optional, wenn sie nicht auch passiver in der Natur sind, wie bei Oma und unbeliebter Freund. Und Opa hat jetzt die Möglichkeit, jemanden rauszuekeln. Das ist also so ein bisschen sein Deck-Ausdünn-Mechanismus. Man kann jetzt Opa rausekeln. Ich könnte jetzt aber auch meine beliebte Freundin sozusagen rausschmeißen. Die wird dann einfach abgeworfen. Aber was nutzt du denn, dass du Opa rauswirfst? Ja, weil ich Opa nicht mehr haben will. Einfach, weil ich Opa nicht haben will. Ob das nun sinnvoll ist, sei mal der Englisch. Aber Opa kann auch einfach selber gehen. Tja. Also die wird komplett aus dem Deck geworfen. Opa vertreibt sie also richtig. Opa vertreibt sie richtig. Wähle einen beliebigen Kunden aus deiner Schlange und lebe ihn auf den Ablagestate in der Stadt. Ja, sehr schön. Aber die beliebte Freundin schmeiße ich mal jetzt nicht raus. Das heißt, das ist wie gesagt optional bei Freunden. All die anderen Karten muss man auch machen. Das kann manchmal auch so ein bisschen negativ für einen sein. Piet, du bist aber als erstes deine beliebte Freundin. Ja, die saugt mir die ganze Milch auf, die ich hatte. Und dann könnte ich dir noch ein Croissant geben für eine Bewertung. Aber ich brauche meinen Zucker wahrscheinlich nächste Runde für andere Personen. Deswegen gebe ich das nicht. Und Opa kriegt die letzte Bohne, die ich hier habe. Achso, die natürlich erst benutzt wird. Ja, bei diesen beiden ist es auch so. Ich gebe ihr jetzt auch mal Bohne und Milch. Hast du dir denn den Effekt gegeben? Du hast ja sie bedient. Ja. Du bedienst sie ja. Die musst du jetzt noch ablegen. Bohne und Milch. Und dann darfst du ja jetzt einen sichtbaren Kunden aus der Stadt legen und ihn auf den Ablage stapeln. Den kriegst du also neuen Kunden. Ja, ist optional. Auch weil es ja eine Freundschaft, Familie ist. Du kannst jetzt quasi überlegen, willst du da jemanden in deinen Kunden stammeln. Machst du nicht. Okay. Also gerade habe ich nicht so. Dann mache ich jetzt hier auch meine beliebte Freundin, bediene ich halt mit einem Milchpäckchen und einem Kaffee. Das Croissant gebe ich hier auch nicht. Ich hätte zwar noch zwei Zucker, aber das würde ich mir mal noch sparen. Und ich würde jetzt eventuell schon noch. Ich hole mir, glaube ich mal, ich hole mir einfach mal diesen Radfahrer hier. Den Radfahrer. Jetzt wird hier keine Karte irgendwie nachgelegt oder irgendwas weiter. Da ist ja noch eine sichtbare. Der Radfahrer, der kommt jetzt aber hier in meinen Ablagestapel. Und damit habe ich schon meine beiden Kunden hier auch bedient. Und Piet, dein Opa noch. Ja, mein Opa habe ich schon bezahlt. Und ich könnte jetzt die Dame hier rauswerfen. Die beliebte Freundin. Die findet Opa auch Mist. Also die geht, die schmeiße ich einfach aus dem Spiel. Du musst deine Ressource dann noch wegpacken. Ja, die habe ich nicht gesehen. Nicht nur auf die Karte legen. Ja, so sind die alle die kleinen Tricks. Ich habe ja keinen Kaffee mehr gehabt. Ja, auf jeden Fall. Alles gut. Dann haben wir jetzt wieder bedient. Jetzt ist wieder das gleiche in grün. Neutrale Personen werden einfach wieder abgelegt. Wir haben wieder keine Marker hier irgendwie generiert. So ist es. Also kommen die auf unseren Ablagestapel. Geht es jetzt weiter natürlich mit der Weiterempfehlungsphase. Ach ja. Ich bin ja Startspieler. Jetzt habe ich ja mal Hipster-Symbol und hier unsere... Die Hipster schlafen noch. Die Startups und die Hipster schlafen. Ja, und jetzt gibt es hier... Ja, da ist jetzt mehr oder weniger eigentlich nur das Artwork anders. Sonst sind die alle gleich. Stimmt. Und unbezahlte Praktikanten, App-Entwicklerin, freundliche Personalerin. Ich nehme an die freundliche Personalerin. Die wird also hier weiter empfohlen. Jetzt habe ich, jetzt kommt... Kommt... Ne, der Hipster. Verdammt. Ja, ich habe nur Musiker, die ich nehmen könnte. Ich fälle also so mit raus. Ja. Jetzt ist das auch mal passiert. Das ist revanchiert so. Ach ja. Ja, dann geht es wieder in den Feierabend. Also wir wetten wieder unsere Arbeiter zurück. Hier wird wieder etwas... Ja, eine Feierabend-Bier. Feierabend-Bier-Kaffeeschlag. Du kannst ja mal die Karten... Ja, wir haben mal die kostenlose Stadtpläne. Also du kannst die Touris anlocken. Mhm. Äh, Kaffee-Croissants. Also Croissants mit Kaffee drin. Mhm. Und der Wochenend-Ausflügler. Der, wenn man den... Also die Gruppe, wenn man jetzt zwei Kaffee und eine Soja-Milch kriegt, kriegt man drei gute Bewertungen. Ja, dann wird hier wieder getauscht. Na, Piet kriegt den Startspiel-Marker. Ich kriege hier die leere Tasse. Und es geht weiter. Wir haben ja immer noch gute Bewertungen liegen. Stapel ist eh noch nicht alle. Piet ist also dran mit seiner ersten Bewertung. Oh, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ah. Ja, tja. Äh, wenn ich jetzt noch einen nehme, wird der vorne noch reingemischt eigentlich. Also wenn ich mir jetzt einen der nehme, dann wird der auf den Abhaltestapel genommen. Das wird erst gemischt, wenn ich Leute aufdecken muss. Ja, genau. Ach, alles nicht so einfach. Was hätte ich denn gerne? Es gibt aber auch nicht so viel, wo ich zufrieden bin. Aber ich brauche Kaffee. Ich brauche auf jeden Fall Kaffee. Brauchen wir nicht alle Kaffee? Ja, wir brauchen alle Kaffee. Und ich brauche auch einen Croissant. Du brauchst auch einen Croissant, ja. Nee, ich brauche Kuchen, brauche ich eigentlich. Aber den sehe ich nirgendwo. Aber einen Croissant habe ich noch nicht. Ergo gehe ich mir mal eine Erweiterung für meinen Tresen kaufen. Und kann... Achso, das wird ja lustig. Was nehme ich denn jetzt? Ich wollte Kaffeebohnen, mehr Kaffeebohnen haben, dass ich da nur einmal hin muss. Aber der hat keine... Der hat keinen Zucker. Will ich doch lieber was mit Zucker haben? Das weiß ich nicht, Piet. Die benachbarte Bakery? Ich nehme das Croissant mit. Man weiß ja nie, was kommt. Und dann kriege ich hier noch... Darf ich mir noch einmal aussuchen, oder was? Du hast jetzt wieder Weiterempfehlungen. Du darfst jetzt also einen von den Fahrradkurieren oder Musikern aussuchen. Und Fahrradkurier und Musiker liegen hier gerade gar nicht. Achso, das sind wohl von denen, die nicht... Ja, das ist nur das Weiterempfehlung. Alles klar. Dann hat sich das auch erledigt. Stimmt auch feind. Gut, Piet, da bin ich jetzt dran. Ich habe ja gerade hier nur Zucker und kein Kaffee. Das ist so ein bisschen die Frage, ob ich noch irgendwas ausbaue, wo ich noch mehr Kaffee kriege, mit zum Beispiel dieser antiken... Toll, du hast wieder eine, wo Kaffee und Zucker drauf sind. Ja, das stimmt. Das hätte ich ja... Aber ich hole mir mal diesen Tresenausbau, hole ich mir mal. So, ich gehe also mal hin, ich hole mir den Tresenausbau und dann triggert der jetzt meinen Tresenausbau und diese Weiterempfehlung. Also ich mache erst mal den Tresenausbau, nehme mir hier also die Kanne. Das ändert jetzt von meinen Symbolen hier jetzt allerdings nichts. Also es ist ein Hipster-Symbol und mein Start-up. Und jetzt kann ich mir aber hier... Ich nehme mir jetzt mal so ein Hipster-Ding hier einfach mal. Warum nicht? Zack. Also der Hipster kommt jetzt in mein... Und wir haben hier ein Ocarina-Kuchen. Hipster mit Melone. Oh, Helder lässt grüßen, ja? Ocarina auf Time. Gut, ja, das habe ich mir jetzt hier mal aufgebaut. Und Piet, deine zweite Aktion. Ich brauche auf jeden Fall Kaffee, weil ich habe ja keinen. Ich will mir mal Kaffee holen. Sechs plus zwei. Und ich kriege also acht Böhnchen. Acht Böhnchen. Dann kriegst du noch eine gute Bewertung und dein Hypometer steigt. Mann, Mann. Jetzt sehen wir das erste Mal drei Kunden im Etablissement. Ja, ich habe nicht mal ausgebaut. Sechs, acht habe ich genommen. Hier eine gute Bewertung. Da meint nämlich Quality Beast. Thank you to all our Backers and Supporters. We love you all a lot. Wo sind sie? Und dann kriege ich noch den Halbmeter. Der Halbbrain kommt hier schön einmal nach oben. Und ich brauche natürlich auch Kaffee für meine anstehende Kaffee-Orgie, gehe hier also jetzt hier hin. Und ja, sechs von der Grund-Icon. Sechs plus drei sind neun, plus zwei. Ich kriege also elf Kaffee-Bohnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Kaffee-Böhnchen habe ich mir hier geholt. Elf? Ja. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Und jetzt in die Hype-Phase. Jetzt gibt es das erste Mal bei Piet nämlich drei Kunden. Ja, jetzt gibt es bei Piet drei Kunden. Und damit geht es. Und damit geht es bergab. Ganz stark bergab. Kann ja gar nicht bergab gehen. Ich bin ja ein Friedrichsland. Du bist doch ein Kreuzberg. So was hier auch noch. Ich habe nur zwei Kunden. Mal gucken allerdings, welche. Wir haben einen faulen Freund, die Oma und Opa. Also nur Familie. Ich habe natürlich jetzt gleich das Ding gezogen. Ich habe natürlich nicht die gezogen, die ich gerne gehabt hätte. Mir fehlt eine Milchspiel, verdammte Akte. Deswegen habe ich es rausgeschmissen übrigens. Ja, genau. Also ich habe hier die beliebte Freundin und den Fahrradkurier. Nee, ich habe nur die Leute, die sich nicht beärgern lassen. Ah, Piet, du darfst als erstes mal deinen faulen Freund. Das heißt, Opa kann Oma rauswerfen? Ja, das ist ziemlich fies. Ich nehme hier mal die Kanne. Und der Herr hier kriegt auf jeden Fall einen Kaffee. Du darfst die Kanne. Das ist total egal. Ja, genau. Ich weiß doch, der Monk in einem. Ich zahle auf jeden Fall den Kaffee. Will ich jetzt den Siegpunkt haben? Eigentlich wollte ich den Zucker überhalten. Donuts habe ich aber. Musst du noch? Ja. Also nur einen Zucker. Kostet ich nur einen Zucker. Und dann kriege ich eine gute Bewertung von meinem coolen Kumpel. Also Schlimmes, Schlimmes, Chris Evans, Epic Blend, Love It, Coffee Addict. Verstehe. Ja, und jetzt sehen wir mal bei mir, was passiert, wenn die beliebte Freundin zu Besuch kommt, die aber nicht ihren Milchkaffee bekommt. Ja. Also ihr seht schon, die braucht Kaffee und Milch. Ole. Ja. Ich habe aber keine Milch. Ich kann das jetzt auch hier mir nicht irgendwie schön rechnen. Nicht mal Substitut. Das heißt, deswegen ist die jetzt kacke drauf. Es wird auch nicht ihre Spezialfähigkeit getriggert. Das passiert nur, wenn man die Hauptbestellung erfüllt. Also gibt es jetzt einmal so einen Unzufriedenheitsmarker. Na ja, für diese Zeit. Gut, Piet. Bei dir weiter, damit wir da nicht gehen. Die Omi ist da und die hätte gerne zwei Kaffee. Die kriegt sie natürlich auch und ich kriege dafür eine gute Bewertung von Omi. Dass Omi alleine schon weiß, wie man eine gute Bewertung schreibt. Ich bin begeistert. Das stimmt, das stimmt. Huge Tables to play board games. Awesome. Also das Kaffee. Also blaue Bohnen und große Tische. Möchte ich dir Kuchen geben? Nee, der Kuchen ist zu teuer. Außerdem soll sie nicht so viel Süßes essen. Wird fertig. Dann geht es bei mir weiter mit dem guten Radfahrer. Hier den Fahrradkurier. Der möchte ein Croissant essen. Ich habe kein Croissant-Symbol. Das heißt, ich muss zwei Zucker dafür bezahlen. Die habe ich hier auch mal. Die haue ich hier auch mal raus. Hau sie raus. Hau ich raus. Dann könnte ich jetzt noch überleben. Der will hier nochmal irgendwie so extra starken und Spezialkaffee. Diese Espresso-Kännchen habe ich schon. Das würde aber bedeuten, für das Espresso-Kännchen würde ich nur eine Bohnen bezahlen. Für diesen Kaffeesack allerdings zwei. Also ich müsste drei Bohnen für eine gute Bewertung bezahlen. Ich habe aber auch relativ viel geblieben. Wenn der Typ zuerst gekommen wäre, das wäre eigentlich der Knaller. Weil diese Symbol hier, das triggert quasi ein Icon von einer Tresenverbesserung. Und das kann jetzt hier eins von dieser Symbolsprache quasi sein. Und ich werde, glaube ich, mir mal jetzt... Oder Milch, die kommt ja... Brauchten die anderen Milch? Ja, das weiß ich auch nicht. In der Familie hier nicht. Das ist die einzige Aussage. Also ich gebe erstmal nochmal drei Bohnen aus. Ich gebe mal drei Bohnen aus. Dann hat Opa sie rausgebracht. Um dem nochmal eine gute... Mein Opa hat nicht gesagt, Opa, ich habe keine Milch. Die da Milch dabei kommt. Eine gute Bewertung aus den Rippen zu rein. Dann triggert seine Spezialfähigkeit. Und da werde ich jetzt hier dieses Milch-Symbol aktivieren. Werde mir also drei Milchpackungen holen. Dafür. Und dann habe ich hier meine zwei Leute erfolgreich bedient. Und Piet hat er ja noch ein bisschen. Piet hat noch den Opa. Opa ist am Start. Und Opa will natürlich ganz normalen Kaffee. Kaffee schwarz. Willst du jemanden raushauen? Naja, aber Opa will er nicht raushauen. Vielleicht diesen Streit nicht im Kaffee ausmachen. Ja, genau. Das könnte sein. Da ich den hier relativ... Du musst ja auch nicht jemanden raushauen. Ich würde mir gerade überlegen, ob die anderen besser sind. Deswegen... Weil man bündet ja damit das Deck aus. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir ja nicht. Der faule Freund, den findet Opa nicht so geil. Geschichtlich gesagt. Hat Opi gesagt. Hier, kannst du die Stadt mal verlassen. In erster Linie werden die auf die Ablagestapel gelegt. Ich glaube, du hast schon bei dir... Ja, legst einfach unten rein. Kann man sich auch nochmal nehmen. Wenn sie nicht bedeckt werden. So, und dann ist Opi fertig. Ich bin hier... Habe fertig. Ja, du Piet hat jetzt wieder einfach nur neutrale Kunden. Das heißt, die werden jetzt abgelegt. Einfach auf dem Ablagestapel. Ich habe jetzt zum ersten Mal hier noch ein bisschen was anderes. Also, ich habe natürlich auch hier einmal meinen Farrakut Kuril. Der ist neutral, wird abgelegt. Dann habe ich jetzt aber hier einmal eine unzufriedene. Das heißt, dieser Unzufriedenheitsmarker, der wird jetzt gegen ein Negativkommentar ausgetauscht. Hier, Eda Lehmann. Took me an hour to get my coffee. Slow, lazy baristas. Und das ist einfach nachher... Liegt auch happy übrigens. Jetzt hast du einfach einen Minuspunkt nachher. Man guckt jetzt allerdings noch bei diesen Markern. Habe ich jetzt drei... Ja, oder sagen wir mal mehr als drei von diesen Unzufriedenheitsmarkern. Also von diesen... Entschuldigung. Von diesen Negativbewertungen. Der Marker wird jetzt abliegt. Habe ich also mehr als drei Negativbewertungen. Dann würde diese Karte auf den Ablagestapel geben. Der ist wirklich so unzufrieden, dass sie nicht mehr zu mir kommt. Und da ich jetzt erstmal nur eine negative Bewertung habe, kommt wie hier in meinem normalen Kundenablagestapel. Also wir sehen meine beliebte Freundin dann einfach demnächst auch wieder. Ja, das war jetzt... Ist der auch beliebt? Ja, das war jetzt also wieder bedienen. Dann geht es weiter wieder mit Weiterempfehlen. Tja, Piet, du Radkuriere oder Musiker? Gibt es nicht. Gibt es beides nicht. Und bei mir ist es ja Hipster, immer noch die guten Hipsters und hier die Startup-Leute, Startup. Ja, die App-Entwicklerin liegt da noch aus. Die kommt also in meine Nachziehtapel. Da kann man sich auch nicht wehren. Das passiert halt wirklich. Wird halt einfach weit antwohlen, wie das ist. Das kann man ja nicht verändern. Dann sind wir auch schon wieder im Feierabend, Piet. Habe ich wirklich nur einen Meeple-Einsatz? Kann das sein? Was hast du? Dass ich nur einen Meeple-Einsatz habe? Weil der hier nur stand? Das kann ich dir nicht sagen, Piet. Verdammt. Das könnte durchaus sein, dass du vergessen hast. Entweder habe ich dich nervig dahin getriegt. Naja, habe ich einfach nur... Ja, vielleicht, vielleicht. Also wir setzen unsere Meeple-Einsatz zurück. Ja. Wir werden hier wieder... Ja, weil ich keine Erweiterung gekauft habe und nicht mehr... Naja, so gewinnt ja alle. Indem er einfach Piet mal so eine Aktion von Zweien wegnimmt ganz schnell. Ich setze dann einfach dreimal ein. Ja. Ja. So war es aber auch. So, so, so. Naja, wir wollen euch ja eh nur zeigen, wie es geht und... Wie es nicht geht. Wie es nicht geht, genau. Gut, dann haben wir hier, Piet hat schon die Sachen getauscht. Das heißt, ich bin jetzt wieder dran mit den Einsetz-Sachen. Weil ich habe nämlich schon überlegt, weil ich wäre dann an die Fünf angekommen. Ich will auf jeden Fall nochmal so ein... Guck mal, jetzt will ich das nämlich mal machen. Was wird das? Ich will hier nämlich so ein Symbol. Das dritte gleich Spezialsymbol. Die, was ist das? Bäckereipartner. Smile Bakery hier und da und tralala. Einfach mal für die Symbole. Das mache ich jetzt immer mal. Also, ich hole mir mal jetzt so ein... Ich mach mal hier hin. Hier so eine weitere Tresenverbesserung. Tresenverbesserung nehme ich jetzt hier Bäckereipartner. Damit habe ich jetzt hier ein, zwei, drei mal das... Ich zeige euch hier dreimal das Gleiche, diese Espresso-Kanne. Und damit bekomme ich jetzt ein Achievement. Und die ersten beiden Achievements, die liegen offen aus. Und die geben noch sozusagen extra Ressourcen. Entweder drei Milch oder drei Zucker. Und ich würde... Tja, was hole ich? Hole ich mir einfach mal eine Milch. Dann habe ich vielleicht Milch auch. Das mache ich nicht einfach. Ich hole mir mal hier die drei Milch. Das heißt, ich kriege jetzt einfach nochmal drei Milch dafür. Ja, das ist aber nicht. Eins, zwei, drei. Und dann drehe ich hier dieses Achievement um. Das ging hier um diese drei gleichen Symbole. Lege ich hier rein. Hier Achievements kann man ja haben. Dann darf ich allerdings nicht vergessen, ihr triggert ja noch dieses Weiterempfehlen. Da habe ich ja jetzt wieder hier unsere gute Workaholic-Fraktion, die Start-up-Leute und die Radfahrer. Gibt es jetzt hier die Radfahrerin hier? Was steht da? Hund auf Rädern. Die nehme ich mir jetzt also, gibt es im Ablagestapel. Gut, Pete. Das war meine erste Aktion. Jetzt hoffen wir mal, dass wir alle zwei Aktionen noch hinkriegen. Ja, jetzt auf einmal. Vorher nicht. Ich nehme mir hier einfach nochmal eine Verbesserung, weil ich nämlich die Kuchen haben wollte. Welche Kuchen? Ach, den Ocarina-Kuchen. Den Kuchen. Zauberdonut. Und lege den hier natürlich mit an. Und das sind wieder Musiker. Ja, Pete versucht jetzt da unterschiedliche Sachen zu sammeln, so wie es aussieht. Na, 1, 2, 3, 4. Ich wäre jetzt auch schon fertig, wenn ich Aktion habe. Pierre hat ja schon. Ja, dann ist die Aktion eigentlich schon fertig. So, Tricks ist doch noch was, Pete. Mach doch einfach alles. Du hast doch da noch ein Weiterempfehlungssymbol, oder? Ach ja, ich darf einen Musiker nehmen. Einer ist da. Kommt ein neuer Radfahrer hier. Der möchte gerne Radprofi. Verstehe. Gut. Dann werde ich jetzt mal, ich habe ja relativ viel Milch mir geholt. Kaffee habe ich auch noch. Ich werde jetzt mal hier voll die Zuckerkante geben. Jetzt habe ich das ja angesprochen, man darf nur 4 Icons aktivieren. Ich habe ja von meinem Grundtableau hier 1 Icon, 2, 3, 4, 5. Ich habe jetzt hier 5 Icons. Das heißt, ich muss mir jetzt was aussuchen. Und zwar suche ich mir dann 3 Icons mit diesen 3 Zuckersachen aus. Das heißt, ich bekomme 9 Zucker und einmal erhöhe ich meinen Hype. Willst du die auch einzeln haben? Nein. Ne, 5 und 4 wird schon reichen. Danke dir. 9 Zucker und mein Hype-Track ist erhöht worden. 9 Zucker. Und Pete. Ja, genau. Volle Kanne rein. Ja, das ist das Einzige, in dem ich wirklich viel Zucker nehme. Das war Sojamilch, ne? Hier, diese Bohne. Ja, das ist Sojamilch. Also dann brauche ich ja Milch. Das heißt also, ich triggere diese 4 Symbole, weil ich ja ein Lebens habe. Wiege 3, 4, 5, 6, 7 Milch. 7 Milch und eine gute Bewertung. Wir haben jetzt schon, beim 2 Spieler waren es ja 20 Bewertungen. 10 sind schon runter. Er ordered an Espresso, der tasted like heaven. Natürlich. Heaven. Ich bin auch, am Ende der Star Wars for Heaven steht die blaue Brune. Pete, aber weißt du, du hast den gleichen Fehler gemacht wie eben. Du stellst deinen Miepel um. Siehst du? Ich habe den umgestellt, weil ich noch einen habe. Ich muss den jetzt hier hinstellen. Ja, das war dein Problem. Du hast auch deine 2 gemacht. Der stand nämlich da, der Helle. Ne, ne, der Helle stand hier und da. Das ist nämlich dein Trick. Ich glaube aber nicht, dass das so war. Ich glaube schon, weil du hast es jetzt genau eben schon wieder gemacht. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das so war. Gut, also wir haben jetzt die Aktion gemacht. Jetzt geht es in die Hype-Phase. Wir sind alle auf Track 3. Deine sind hier Feierabende. Was? Ja, weil deine liegen. Das sind die Feierabend. Also, drei Leute kommen jetzt hier in mein Café, bei Pete auch. Paula Freund, die freundliche Personalerin und Hipster mit Melone. Ich kriege hier erstmal zwei und dann muss ich die hier mischen, weil Opa so viel rausgehoben hat. So sieht es aus. Und wer wird dazukommen? Es ist Opa. Es ist Opa. Opa ist in the hood, ja? Opa ist in the hood. Ja, ja. Verstehe, verstehe. Natürlich. Da kommen neue Leute. Muss ich mal gleich mal angucken. Was ist der Not mit denen? Können die denn so? Was ist der Not mit denen? Kann ich auch bei dir jemand rauswerden? Opa sagt sie nicht. Du bist dran. Ich bin dran. Ich werde jetzt als erstes mal meinen Freund hier bedienen. Meinen vollen Freund. Und zwar mit einer Bohne. Der kann ja nicht unzufrieden sein. Das ist in dem Fall kein Thema. Jetzt könnte ich denen noch zwei Zucker geben für eine gute Bewertung. Zwei Zucker für eine gute Bewertung. Ansonsten die anderen sind immer ein bisschen günstiger. Ich lasse. Ich mache das mal nicht. Gebe denen mal nicht noch extra Zucker. So, Pete. Wen bedienst du als erstes? Dein Gap-The-Rapper? Meinen coolen Rapper bediene ich hier mal als erstes. Mit der richtigen. Ja, weil die Sache ist immer voll. Der kriegt auf jeden Fall hier einen Kuchen, den ich ja jetzt habe. Genau. Brauche ich also einen Zucker. Und da der Sojamilch haben möchte und ich nur einen habe, brauche ich nur eine. Uh, und jetzt sehen wir das erste Mal so einen Zufriedenheitsmarker. Den kriege ich nämlich der. Jetzt ist er zufrieden, weil er seine Milch bekommen hat. Und weil der so geile Performance jetzt leistet, ist sogar noch irgendwer zufrieden. Du kannst einen zweiten Zufriedenheitsmarker auf den legen oder irgendwo anders. Auf ihn selber. Auf ihn selber auch legen. Da muss ich ihn nicht bedienen. Unbedingt. Genau. Und was machen die Zufriedenheitsmarker? Da kommen wir jetzt nämlich gleich dazu. Vielleicht, wenn Pete dann gleich nochmal dran ist. Zufriedenheitsmarker ist insofern gut, weil dafür gibt es sozusagen positive Bewertungen. Das machen wir einfach mal so. Und der Opi, dann bleibt der auch. Der Opi kann gehen. Wer nicht, dass Opi so lange in meinem Geschäft ist. So. Gut, dann geht es mal bei mir weiter. Ich habe ja die freundliche Personalerin. Die hat hier einmal so ein starkes Kaffeesymbol. Weil ich das nicht habe, muss ich dafür zwei Kaffee ausgeben und eine Milch. Mache ich auch mal. Zwei Kaffee und eine Milch. Und dafür gibt sie mir auch schon eine gute Bewertung. Und dann hat die hier so ein beliebiges Snack-Symbol. Und ich habe hier ein Kuchenstück. Deswegen gebe ich auch nochmal einen Zucker aus. Das gilt für alles. Ich gebe also einen Zucker aus und kriege dann nochmal eine positive Bewertung von der freundlichen Personalerin. Ja, Pete. Jetzt kommen wir ja weiter zu deinem Cocktail-Kenner. Der hat ja jetzt eine positive, also der ist zufrieden. Du könntest jetzt auch diesen Zufriedenheitsmarker runternehmen und ihn nicht bedienen. Weil du Ressourcen sparen möchtest zum Beispiel. Ja, aber den möchte ich nicht, weil den Donut, den kann ich relativ einfach herstellen. Genauso wie die Sojamilch, die ich habe. Damit kriege ich eine gute Bewertung. Und es kommt noch jemand hinten ran an deine Schlange. Also so Laufkundschaft generiert er. Also da haben wir was Neues gemacht. Ja, also er hat ja unten dieses Laufkundschaftsgebot. Du darfst dir jetzt einen beliebigen Kunden aussuchen und die kommen dann gleich ran an deine Schlange. Das sollte ich ja am besten bedienen können, habe ich gehört. Im besten Fall, ja. Damit niemand irgendwie doof ist. Ah, das ist schwierig. Opa hat schon seine Bohnen. Ich habe also noch drei, zwei Bohnen. Und die bleiben dann. Das war, ich bekam ja zwei Leute aus der Auslage. Da muss man zwei Leute aus der Auslage nehmen. Zweimal Weiterempfehlung. Das heißt, nur Leute, die auch weiterempfehlen. Also, nur Musiker. Nee, je nachdem wann du das triggert, dann liegen ja da Leute noch bei dir. Das wird dann ganz schön voll. Wenn du das triggert, dann hast du ja auch noch deine Partypiebel und so. Ich gehe einfach mit dem Hype nach oben. Die braucht zwei Kaffee, glaube ich, ne? Weißt du, zwei Kaffee? Ja. Oder den Croissant, Mann. Dann kann ich hier Sachen triggern, oder? Zwei Symbole kann ich dann triggern. Ich brauche aber auch ein Doppelcroissant. Ja, kann ich nicht bezahlen. Also, Techno-People in the house. Also, Piet hat sich jetzt genau für... Wie heißt die? Den Techno-Fan. Den Techno-Fan ausgesucht, ne? Der durch sein... Der Cocktail-Kellner. Der Cocktail-Kellner, genau. Hier wird mal nachgelegt. Ja, dann bin ich hier also dran. Ich werde jetzt Hipster mit Melone beurteilen. Mit Melone? Ich habe ja dieses starke Kaffee-Symbol. Habe ich jetzt hier zu Genüge. Also, kriege ich hier ein Discord auf eins. Ich muss also nur eine Kaffee-Bohne bezahlen. Und ein Kuchenstück habe ich auch. Gebe ich sozusagen jetzt mal aus. Und erhöhe hier. Seht ihr, das ist ja jetzt wieder unser Megafon. Ich gehe jetzt mal volle Granate. Ich gehe mal hier Hype-Track. Oh, der Granate. Und sie hier unten, weil ich sie bedient habe, geht auch nochmal in den Hype-Modus. Bin ich hier also bei fünf. Wenn man hier am Ende ist, werden die hier umgedreht, dieses Symbol. Und für jeden weiteren Hype, den ich generiere, gibt es jetzt gute Bewertungen. Achso, ich dachte, du musst es jetzt erstmal noch generieren, damit du es umdrehst. Nee, umgedreht wird es bei fünf. Aber um jetzt gute Bewertungen zu generieren, muss ich jetzt weitere Hypes aufrechterhalten. Na ja, damit bin ich jetzt hier durch. So, dann gehe ich hier zu Opa. Opa wird bedient, kriegt seinen Kaffee. So, Opa kann jetzt jemand rauswerfen. Also auch den Techno-Fan, den er vielleicht nicht mag. Ja, oder jemand von denen. Aber dann würden deine Marker verlieren. Genau, also macht er das nicht. Opa macht quasi nichts. Genau, du kannst weitermachen, weil ich bin... Opa schmeißt dich selber raus. Opa kann sich auch... Dann bezahle ich hier zwei Kaffee. Weil die... Der Techno-Fan braucht richtig starken Kaffee. Mhm. Aber sie hätte gerne so einen Kuchen. Den kann ich relativ easy herstellen. Mhm. Und auch du generierst jetzt zwei Hype. Zweihalp. Okay. Dann haben wir jetzt alle bedient. Bei mir ist es wieder relativ einfach. Ich habe jetzt einfach nur drei normale Leute. Die werden hier einfach auf dem Ablagestapel getrunken. Bei Piet ist es hier... Ich habe es gerade gemerkt. Piet hat jetzt zwei. Hinten, die sind neutral. Die kommen auf dem Ablagestapel erstmal. Opa und die Techno-Gängerinnen da. Und dann hat er jetzt welche, die zufrieden sind. Da wird jetzt ein Zufriedenheitsmarker runtergenommen. Da ist ja jetzt nur einer drauf. Also die Zufriedenheitsmarker kommen runter. Dafür bekommt er jetzt pro Marke eine gute Bewertung. Also zwei gute Bewertungen. Und die Kunden, die bleiben in der Schlange stehen. Die sind halt einfach zufrieden und bleiben da. Hätten die jetzt noch mehrere Marker, Zufriedenheitsmarker drauf, wären die auch drauf liegen geblieben. Mehrere Marker. A perfect atmosphere to sit and work on my art. Coffee all over my face. LVD. Love it. Das bedeutet aber jetzt auch in der nächsten Runde-Hype-Phase, dass Piet fünf zusätzliche Gäste bekommt. Also bei sieben Kunden dann. Aber ey. So viel habe ich nicht mal. Schauen wir erstmal. Das war jetzt Ende des Bedienens. Und jetzt geht es natürlich wieder in die Weiterempfehlung. Weiterempfehlung bei mir jetzt gerade die Radfahrer wieder. Und halt die guten Leute, die arbeiten. Da könnte ich jetzt einfach den Javascript-Ingenieur oder den Croissant-Mann. Aber ich habe auch noch so ein bisschen... Den Croissant-Mann. Ich nehme mal hier. Ich nehme mal den Javascript-Ingenieur. Der kommt hier bei mir rein. Und Piet, was sagt denn deine Weiterempfehlung? Musiker oder Party-People. Musiker oder... Genau. Piet hat jetzt da unten drei Musiker-Symbole mit... Den Insider. Genau. Und Party-People. Aber es gibt gefühlt hier nur Touris und Radfahrer. Zum Glück wäre ich nur ein Touris. Also Touris geben richtig gute Bewertungen, wenn man sie bezahlen kann. Wenn man sie kann, ja. Und die sind immer so ein bisschen fancy. Weiter Feierabend, ne? Feierabend. Wir setzen wieder unsere Meeples zurück. Hier wird halt wieder aufgeläumt. So ein bisschen. Zack, zack, zack. Wir haben schlechtes Wi-Fi. Oh nein. Das ist ein Alleinstellungsverhältnis. Verstehe. Isotonische Espressi. Power Coffee. Die sehen auch sehr lustig aus für die Fahrerfahrer. Und ein lustiger Vermarkter. Ich werde mal meinen Fünferzucker jetzt hier eintauschen. Mal ein bisschen mehr Zucker. Ja, ich mache das mit der Milch hier. Eine Schokomilch, mal wieder normale Milch. Und mal eine... Da hast du ein Liter Schokomilch im Brüschlein. Machst du auch was von normale. Ja, ich habe die Tassen hier schon wieder getauscht. Und Piet ist jetzt dran. Jawohl. Mit seiner ersten Konfliktion. Wer hätte das gedacht? Milch habe ich. Ich brauche Kaffee. Und ich brauche Zucker. Aber ansonsten wird es nämlich nicht. Aber dann kriege ich auch keine Leute. Das ist jetzt hier zwickmültig. Ich kann jetzt lange daran arbeiten, dass die alle liegen bleiben. Aber dann baue ich hier nichts aus. Du musst halt deinen Hype-Track... Du wirst vielleicht eigentlich gar nicht so gehypt sein, wenn deine Leute so zufrieden sind, dass du da nicht... Dann muss ich mir ein paar Touris organisieren. Dann ist es mit dem Hype auch schnell vorbei. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mir so einen Berliner Bär hole. Solange er da noch ist. Aber das gibt mir halt... Oder ich hole mir eine Erweiterung. Aber dann kriege ich auch keinen... Doch, wenn ich den Espressi... Wenn ich das Espressi-Ding nehme... Dann schon. Aber ich brauchte... Was brauchte ich denn für den Techno-Fan? Die brauchte starken Kaffee. Ja, ich glaube... Die brauchte den Kaffee... Ich habe mir das aber nicht gemerkt. Nee, ich gemerkt den Kaffee nicht. Ich würde fast eher sagen, diesen Spezial-Kaffee vielleicht. Dieses Espresso-Ding. Den Espresso-Ding. Nein, den gibt es leider gerade nicht. Wenn man es braucht... Wie man es braucht... Man hat es nicht. Hm... Wie rum macht man es? Meine... Der Punkt ist ja... Wenn ich hier reingehe, kriege ich drei Zucker. Drei Zucker werden vielleicht aber nicht reichen. Ich gucke mal. Ich gehe mir einfach mal Kaffee holen. Oder Milch. Ich hole mir erst mal... Kaffee. Weil dann kriege ich sechs Bühnchen. Das heißt, genau. Du machst jetzt einmal den Grund-Kaffee. Das ist ja der Fall. Das sind vier Icons. Ja. Dann auf jeden Fall die anderen beiden. Und dann kann ich mir noch zwei aussuchen. Wobei das keinen Unterschied macht. Genau. Weil das jetzt... Ich kriege halt zwei Bewertungen oder eine Bewertung und einen Halb. Und der Halb wäre auch Bewertung. Also kriege ich jetzt zwei Bewertungen. Zwei gute Bewertungen. Da läuft ja schon mal die gute Bewertung. Nur weil ich Kaffee gekauft habe. Nun, this Kaffee is nice Stein. You can't buy happiness, but this coffee is close. Verstehe, verstehe. Da sammelt die blaue Bohne blaue gute Bewertung. Ich werde jetzt mal mir ein Skill-Upgrade nochmal holen. Uh, schlechtes Wi-Fi. Ja, nee, nicht ganz. Ich werde mir mal hier dieses Frühaufsteher-Ding holen. Ich versuche jetzt mal hier noch so ein paar, die Set-Sache hinzukriegen. Und vielleicht noch ein Top-Upgrade hier. Ah, das macht natürlich Sinn. Lege ich jetzt sozusagen hier ran. Und als nächstes wird aber auch noch das hier getriggert. Das heißt, ich kriege noch einen neuen Kunden in den Laden. Also einfach hier einen von meinem Abweichstab. Die Oma kommt schon mal zu Besuch. Ja, das war es quasi von meiner Warte aus, Piet. Und dann lass du dann jetzt direkt nochmal. Ja, also ich bin gerade überlegen, ob ich mir noch eine Erweiterung hole. Oh, hier kann ich irgendeins triggern, wenn ich das hier habe. Bei wo? Wenn ich das hier habe, kann ich irgendeins. Na, eins von deinen Ressourcen-Icons. Ja, aber ich kann dann zum Beispiel drei Zucker nehmen. Ja, genau, also, genau. Ah. Ja, außerdem kriege ich ein Achievement, weil ich ja fünf unterschiedliche Dinge habe. Finde ich eigentlich ganz cool. Gehe ich also mal hin. Ich hole mir hier die Sache. Will ich ein Fahrradfahrer haben mit zwei Crossouts? Vielleicht. Ich versuche das mal. Ich hole mir erst mal den isotonischen Espressi. Ich lege den hier also an. Hätte ich mal vorher machen sollen. Dann hast du jetzt fünf unterschiedliche Embolen. Das bedeutet, du kriegst dieses Achievement. Du kriegst also noch drei Zucker. Ja, die waren auch wichtig. Und dann kann ich den hier. Und dann triggert natürlich ja noch der Part Weiterempfehlung. Jetzt kann ich also einen Fahrradfahrer oder einen Musiker nehmen. Ja, oder einen Party People. Hast du da unten auch. Aber es gibt keine Party People. Du hast jetzt also nur Fahrradfahrer zur Auswahl. Aber bei Musiker gibt es auch nicht. Party People auch nicht. Und der kommt auch noch. Den kann ich also nicht bezahlen. Ja, weil, na gut. In deinen Ablagestapel. Naja, ich ziehe fünf. Warte, ich habe zwei nicht ziehen können. Und wie viele hast du da noch, die du denn möchtest? Opie habe ich noch. Naja, der wird also kommen. Der Technofan hat also noch ausgesagt. Ich muss den nehmen oder muss ich den nehmen? Ja, aber es ist eine Weiterempfehlung. Du kannst ja die Leute nicht dran hindern. Dann kann ich es ja eh nicht verhindern. Du konntest nur die Chance für Auswahl. Genau. Aber guck mal, Musiker. Entweder schicker Straßenmusikant. Hier, Dave Garrett. Gut, damit hat Pete seine zwei Aktionen ausgeführt. Und jetzt kommt meine zweite Aktion. Und ich wollte hier Kaffee mehr holen. Ich bin jetzt wieder bei sechs. Plus drei sind neun. Wieder bei elf Kaffeeböhnchen. Es kommt drauf an, wann ich den ziehe, wenn ich ehrlich bin. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, manchmal. Ich habe aber eher die Erfahrung gemacht, dass ich es dann nicht zum richtigen Zeit ziehe. Ja, und jetzt das erste Mal hier bei uns. Hype, Pete. Ich habe Oma bei mir im Café. Du hast noch zwei Gäste und wir ziehen alle auf fünf. Ja, warte. Ich sage mal so, ich habe genau fünf Karten. Ah ja, okay, ich habe hier noch Opa kommt rein, eins. Und jetzt muss ich erst mal ein bisschen. Ich habe einen Fehler gemacht. Drei? Weil ich hätte noch zwei ziehen können. Du hättest zwei noch ziehen können. Ja, ja, macht ja nichts. Wie war es nicht? Wie war es auch nicht? Also, den habe ich gekauft. Also ging es den beiden. Dann wäre es so gewesen. Und wie immer, der Fahrradfahrer ist ganz hinten. So, also ich muss jetzt hier aber noch, das ist ja einer, muss jetzt hier noch vier hinlegen. Und man muss ja bedienen. Ja, man muss nur ein, zwei, drei, vier, fünf. Ich rutsche die dann gleich hier nochmal ein bisschen ins Bild, dass ihr da auch noch ein bisschen was seht. Ja, und Pete fängt an. Pete fängt an. Und wenn ich Pech habe, dass du Pech hast. Könnte sein, dass du Pech hast, ja. Kannst du natürlich mit Opa auch jemanden raushauen, ne? Ja, den Fahrradfahrer maximal. Aber. Und da habe ich erstmal geguckt, ob man das hat. Und ich schaffe es nicht, noch ein Croissant zu nehmen. Ja, ich hätte auch gerne ein Croissant gehabt. Also ich habe Croissants, aber ich habe keinen, ich habe nicht genug Zucker, aber ich hätte es nicht. Ich habe keine Croissants, leider. Dann nehme ich hier lieber, also das ist ja alles ein bisschen. Ich habe jetzt bei mir hier auch schon mal ein bisschen angefangen zu verteilen. Vielleicht werdet ihr auch gleich sehen. Oh Gott, ich könnte vielleicht hier auch noch ein bisschen rüber. Das ist ja egal. Das machen wir einfach. Wenn ich jemanden nicht bediene, triggert er trotzdem. Ne, ne, ne. Der triggert nur. Jetzt kommt der Trick. Okay. Pete, dann fangen wir mal an bei deinem Musiker-Wiederrad. Mein Musiker, auf jeden Fall, der kriegt hier sein Stück Torte und seine Sojamilch und ist damit total happy. Also einen Zufriedenheitsmarker auf ihn direkt und einen darfst du irgendwo anders hinnehmen. Ja, auf den nächsten, weil den werde ich nicht bedient. Ja, wunderbar, genau. Weil er kann ja mit so einem Zufriedenheitsmarker den runternehmen und dann ist er nicht. Ich fange mal an hier bei Oma. Oma bei mir nimmt wieder hier zwei Böhnchen. Das ist eine gute Bewertung auf jeden Fall. Und dann gebe ich ihr hier auch noch ein Stück Zucker und kriege auch noch eine gute Bewertung, weil dieses Tortenstück habe ich ja da in meiner Auslage liegen. Das war die Oma. Und dann, ja, Pete, wie geht es weiter? Wie geht es weiter bei dir? Ja, hier, der Nächste, der Cocktail kennt, sagt, ich hätte gerne. Dann sage ich, ne, bist du happy? Einer, tut beneid. Ja, sorry, heute bediene ich dich nicht. Dann zieht er ein bisschen den Flunsch. Der Marker geht runter. Ich kriege ja keine gute Bewertung. Aber damit kriege ich halt die Sachen hier durch. Ja, ich werde jetzt mal Opa hier einen Kaffee geben und werde ihn dann gleich mal hier den Fahrradkurier rausschmeißen lassen. Zack, bang. Und dann rutscht es jetzt hier weiter runter. Und es geht höher, schneller und weiter. Und Pete ist am Start. Alter, Kohle-Rossants. Kannst du hier nicht alles herstellen? Und so, ja, Mensch. Pete ist am Start. Pete ist am Start und der Straßenmusikant. Pete, 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 Pete. Ich kriege dafür ein Stück Kuchen und eine Milch. Ja, der macht alle happy. Du kriegst schon wieder zwei Happy-Matte. Der macht sich happy und auch die Leute. Genau, der macht sich happy. Und den Fahrradkurier. Den sehen wir jetzt noch nicht. Der kommt dann weiter in das Bildgeruch. Genau, ich kann hier mal... Ich mache das anders. Einfach, ich lasse hier den Ausschankmarker liegen und schiebe den dann einfach so zurück. Ja, dann werde ich jetzt mal Hund auf Rädern, die gerne möchte ein Croissant haben. Gebe ich also zwei Zucker aus. Dann triggert hier das Symbol. Ich werde... Oder ich überlege nochmal, ob ich nochmal extra... Ich gebe nochmal extra Kaffee. Hier die Kaffeebohnen gebe ich nochmal aus. Doppel für diesen starken und eins für diese Espresso-Kennchen. Dann gebe ich nochmal drei Bohnen aus für eine gute Bewertung. Und ja, jetzt kann ich ja hier einmal einen Ressourcen-Symbol triggern. Was hole ich mir denn da? Hole ich mir jetzt einfach nochmal drei Milch, drei Zucker. Vielleicht hole ich mir nochmal drei Zucker. Oder eine gute Bewertung. Mit drei Zucker könnte ich mir nochmal... Ja, ich hole mir mal drei Zucker. Zwei, drei. Ja. So. Geht wie die zweite aus bei dir. Wie die zwei. Wir gehen höher, schneller und weiter. Omi kommt jetzt ran, ne? Genau, wir gehen hier mal weiter. Omi ist am Start. Und da seht ihr, die Schlange ist noch lang. Omi ist am Start. Omi kriegt hier zweimal schönen großen Kaffee. Und gibt mir dafür eine gute Bewertung. Hm, so ist ja. Und Hans Fausto. Sie hat auch immer komische Namen. Flattest white I have ever had. Dann ist sie durch. Ja, dann kommt jetzt bei mir hier der beliebte, beliebte faule Freund mit einem Kaffee. Gebe ich denen jetzt noch zwei Zucker für eine... Ne, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Ich bleib einfach dabei. Piet. Weiter geht's. Weiter geht die rührende Fahrt. Ich kann ja hier mal ein bisschen... Ich habe meine auch so ein bisschen übereinander geschoben. Guck mal, die ich schon bedient habe hier. Okay. Ja, da sind ja gute Bewertungen teilweise drauf. Ja, da hast du dann recht natürlich. Dann kommt der Techno-Fan dran. Gute Bewertungen habe ich bei mir nicht. Dann kriegst du jetzt mal einen starken Kaffee und ein Stück Kuchen. Ah, und du erzählst zwei Hype. Du bist ja beispielsweise auf Maximum. Deswegen kriegst du jetzt zwei gute Bewertungen. Und zwar, despite the constant negative press, coffee fee 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 fee, how this is heavily made, well done. Ich verstehe. Nom, nom, nom. Ja. Dann geht es hier mal jetzt an meine letzte Kundin, die beliebte Freundin, die ja Milchkaffee haben will. Also einmal Milch und Kaffeebohne raus. Jetzt könnte ich ihr noch zwei Zucker für das Croissant geben. Ich würde... Ach, zwei Zucker für das Croissant. Ne, ich kriege ja dann wieder fünf. Ich lasse das mal. Da habe ich jetzt noch die Möglichkeit, weil ich habe ja ihre Hauptbestimmung gemacht. Ich kann jetzt noch jemanden aus der Auslage mir dazu nehmen. Ich höre mir... Ach, das ist Straßenmusiker. Doch, ich höre mir mal so einen Straßenmusiker. Du kannst ja gehen, ne? Und es kommt ein Club-DJ, der will zwei Torte haben und macht zwei Leute glücklich. Ja, sehr gut. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aspekt. Damit bin ich hier auf jeden Fall durch bei mir und Piet ist nur noch am Bedienen. Ja, dann kommt Obi dran. Ihr seht ihn hinten. Obi kriegt seinen Kaffee. Wen schmeißt ein Obi raus? Oma. Ach so, nee. Oma... Nee... Nee... Opa, nee. Opa schmeißt niemanden raus. Nee, Opa schmeißt niemanden. Und dann kommt ein guter Radkurier, den du nicht bedienen willst. Aber er ist so happy. Ist kein Problem, sagt er. Komme ich morgen wieder. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ist der Club-DJ echt besser? Wieso misch ich eigentlich? Das ist in der Ablagestart. Ja, dann kommen die Runden. Und ich kriege zwei gute Bewertungen. Und die Kaffee. Game for coffee, games ended up with the job. Like the Dutch say, just geweldig. Dann, weitere Empfehlungen. Ich habe immer noch dieses Fahrrad-Kurier-Icon, aber Pete ist ja erstmal dran. Pete hat jetzt immer noch Musiker und Fahrrad-Kuriere. Ja, es gibt ja gerade nur einen Fahrrad-Kurier. Oder einen Musiker. Stimmt, es gibt auch noch einen Musiker. Stimmt, genau, der Club-DJ. Aber der Club-DJ, der ist zwar geil, aber ich versuche mal was Neues mit dem hier. Du wolltest ihn ja nicht, dann kommt er halt zum... Was brauchen wir bitte an Kaffee? Der braucht... Achso, das ist aber nur für den Südpunkt. Ja, und du hast ja diesen Kaffeesack, hast du ja, also du müsstest den 3K-Win trinken. Ja gut, dann nehme ich den lustigen Vermarkter, weil andere Symbole sind da gerade. Und wir kriegen eine Groovy-Schlagzeigerin. Ja, das war also die Weiterempfehlung. Wieder Feierabend. Feierabend. ... gesetzt. Zack, zack, zack. Hier gibt's wieder was für einen Ablagestapel. Oh, Startspieler. Gastgeschenke. dann haben wir Café Concerco und der Partyhengst schön als fertig verstehe verstehe ja dann ich beginne hier mit und zwar will ich jetzt noch eine Stilverbesserung haben, ich nehme mir also eine Stilverbesserung nehme ich mir hier die dritte gleiche Verbesserung, smarte Werbung, damit kriege ich jetzt also hier so ein Achievement diesmal allerdings keine Ressourcen aber diese Achievements sind ja fünf Punkte am Ende des Spiels wert ich habe hier drei gleiche Gruppen gesammelt, deswegen gibt es hier dieses drei gleiche Achievements, dann wird jetzt hier wieder ein Kunde aufgedeckt, eine Kundenkarte, da habe ich die freundliche Personalerin aufgedeckt und ich kann mir einen Kunden aus dem Wartebereich und ich nehme einfach mal den Club DJ hier, der kommt also auf einen Ablagestapel der bin ich ihm weggenommen geil hier, der Partyhengst ist natürlich wirklich schon schon ein Thema mein Club DJ ist weg so Pete so Pete, das guckst du doof ne, aber du guck doch mal, ob du das überhaupt machen kannst guck mal, was geht überhaupt keine Kanada was geht denn überhaupt können wir noch was gleich, können wir versuchen noch die gleichen Symbole zu kriegen da wäre das hier vielleicht noch ganz wichtig aber die Gäste sind ja auch Punkte, hast du schon Touristen? ne Touristen Terroristen Touris ich weiß noch nicht, was ich tue, aber ich brauche Kaffee habe ich, Milch habe ich ein bisschen Bäm, Bäm, Bäm das ist alles nicht so geil aber ich brauche auf jeden Fall Zucker Partyhart und Gastgeschenk ist natürlich auf jeden Fall also ich überlege ja gerade auch mit dieser Teil nehmen wir hier drei Zucker Kaffee Concerto aber dann habe ich keine ja wie man es macht man macht das Schalt ich darf jemanden wer weiß ich durfte jemanden anwerben also ich müsste sogar jemanden anwerben und das ist mein Problem das mache ich eher nicht das heißt ich hole mir als ja der Barra schon ganz guter Dinge hat dann doch wieder stark nachgelassen ja weil ich halt also ich glaube die Milch reicht noch aber ich hätte halt gerne mehr Zucker und wie das immer so ist man kann sich das halt nicht aussuchen da hinten ist die Sojabohne mehr Zucker kommen wir also ich ziehe ja fünf wie viel Kaffee brauche ich denn da zwei, drei eins, zwei, drei, vier, fünf fünf Kaffee brauche ich so Döll hast du nur vier Kaffee das ist ein Spiel mit dem Feuer aber man soll ja mal zeigen was das so kann wie cool man mal eine Erweiterung das ist ja eine Tresenverbesserung ja ich muss weil ich mehr Zucker habe Tresenverbesserung und dann kommen noch weitere Empfehlungen und dann kommt noch weitere Empfehlungen ich nehme ja hier mal den Kaffee Concerto ja weitere Empfehlungen hast du ja jetzt nur Musiker das heißt die Groovy Schlagzeugerin geht in deinen Ablagestapel dann gucke ich mal was bei mir jetzt hier nochmal geht ich werde jetzt tja was will ich mir denn jetzt noch eigentlich noch relativ ich gebe den Zauber gleich Zucker und dann Kugelgott passieren jetzt müsste unterschiedlicher ich könnte mir natürlich natürlich auch noch versuchen unterschiedliche Membole jetzt noch zu kriegen vielleicht so ein Sojamilchding die Latte hat sehr gerne mit diesem mit diesem Dreieck da was ich da bin aber pro Kaffee ich meine das bestimmt schon konglorreiche Dinger auf jeden Fall dann natürlich auch das tja es gibt halt auch keine Musiker-Appressionen 1, 2, 3, 4 aber nochmal da auf 5 zu kommen da habe ich nochmal super viel mit diesen Hipster-Sachen ich muss ich hole mir einfach einfach weil es so geil ist ich hole mir die Zauber-Donuts Zauber-Zauber ich mache jetzt mal hier eine Tresen-Verbesserung Tresen-Verbesserung trigger ich das heißt ich hole mir hier die Zauber-Donuts mit den lässigen Pilzen zack ich wumse da angelegt da habe ich jetzt noch ein Wumse das habe ich angeschmissen Vintage-Milch ja ein bisschen Katoon oder Katoon ist geil jetzt gibt es aber erstmal dann noch eine weitere Empfehlung eine weitere Empfehlung jetzt habe ich ja bei mir hier Party People und wieder die arbeitenden Leute jetzt einfach hier das was da ist eigentlich Party Hengst auf jeden Fall die Pferdemaske die muss schon mal da sein dann kriege ich jetzt die leere Tasse Studenten am leere Tasse kriege ich jetzt und jetzt darf ich mit dieser Glühbirne jetzt nochmal eins von diesen Symbolen hier triggern und jetzt überlege ich ich hole mir vielleicht einfach nochmal einen ich könnte mir natürlich jetzt auch noch eine Tresenverbesserung und sowas holen das kann ich natürlich auch machen eins zwei drei ich hole mir jetzt nochmal eine Tresenverbesserung mit der Glühbirne triggere ich nochmal dieses Tresenverbessern Ding da will ich jetzt nochmal ein unterschiedliches Symbol haben und zwar was wollen wir dann da jetzt haben eine Sojamilch Sojamilch Croissant ich hatte natürlich auch ein paar Leute die so Croissant gegessen haben oder oder dieses diese Latte Sache dann müsste ich dafür nur eine Kaffeebohne bezahlen ich gucke mal wie viel das habe ich hier da ist ein Croissant nehmen wir mal dieses Croissant Ding diese verbrannten Croissants oh Mann wie Aschel die Aschel Croissants offene Bühne sehr interessant Open Mic ja oder was so war eine falsche Karte eingemischt entweder habe ich eine falsche Karte eingemischt oder eine falsche Zunge aber ist das so ähnlich gefühlt gut dann bist du mit deiner zweiten Aktion dran mit meiner zweiten Aktion ja ich gehe mal Zucker holen auf jeden Fall drei sechs sieben Zucker sieben Zucker sehr gut dann nehme ich sechs Zucker ich nehme sechs Zucker eine gute Bewertung und die Kaffeetasse die leere Kaffeetasse kriegst du zwei Kaffeetassen davon benutze ich mal eine dann geht sie wieder zurück und eine gute Bewertung kriege ich weil ich den mega zurück ich hoffe ob du die verdient hast Lisa loved das Kaffee so much I got a T-Shirt dann sind wir mit den Aktionen wieder durch und ihr wisst es ist Zeit für den Hype plus fünf eins zwei drei habe ich hier ich hoffe mein Fahrradfahrer kommt ohne eins zwei drei das klingt fälscher als ich das eigentlich sagen wollte eins oh nein der darf da nicht kommen zwei ne Opa drei Oma vier fünf ich hätte doch diesen Bohnensack neben seinem Stil welchen Bohnensack bei meinen Sachen hier ja nur diese Bohnensack hier ich habe nur diese Bohnensack Leute ich habe mich einfach für das scheiß falsche Symbol entschieden ja so geht es mir auch statt diesen fucking Croissants habe ich jetzt nur diese Bohnensack Leute naja egal so ist das so ist das im Leben Pete du beginnst stimmt auch feind und wie immer der Underground Rapper ist ja schon ein fest selber Stammteil meines Etablissements ich zahle eine Milch und einen Zucker und kriege dann Ball hohe Marker einen auf ihn selber und einen wo ich es mir noch überlege dann bin ich schon mal dran das sollte doch alles noch irgendwie gerade so klappen stelle ich hier fest gut dann bin ich dran und zwar werde ich jetzt mal meine freundliche Personalerin hier ab frühstücken die möchte jetzt eine Milch und Doppel Kaffee so ein Doppel Kaffee habe ich zwei Bohnen und Milch gebe ich ab Milch zwei Bohnen kriege ich erstmal eine gute Bewertung Trigger dann nochmal mit einem Stück Zucker ihre sekundäre Bestellung habe also zwei gute Bewertungen und aber auch die Möglichkeit ihre Spezialfähigkeit da ist wieder diese Glühbirne getriggert genau aktiviere ein Symbol einer deiner Stilverbesserungskarten ah das war sogar Stilverbesserungskarten glaube ich hätte wahrscheinlich gar nicht fällt mir jetzt auf ich hätte mir mit dieser Sache geht es um Stilverbesserungskarten man darf glaube ich nicht dieses Hauptsymbol von seinem Tableau aktivieren das könnte durchaus sein das werde ich mit deinem ersten nee das wäre jetzt die Frage ob ich denn diese Croissant lassen wir das jetzt mal so aber da vielleicht nochmal der kleine Hinweis kann sein dass es wirklich nur um die Kartensymbole geht nicht die auf den Tableaus ja deswegen ist der Löffel hier so wichtig ja zum Beispiel also das wäre jetzt so ein kleiner minimaler Twist gewesen dann habe ich mir so eine Karte hier also extra das machen wir jetzt einfach mal dann richtig und dann würde ich jetzt mir eine neue eine neue Person trigger ich sozusagen hier dass ich mir nochmal eine Person nehmen kann und zwar würde ich mir die jetzt mal einen von diesen wir geben drei positive Sachen ja Mann 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 Trau dich ich nehme mal hier die großen gleich die Fahrrad die Fahrrad Touristen zack gut Pete du bist dran was ist er denn hier Hipster mit Hut ihr kennt ihn nicht den Hipster mit Hut ich kenne ihn nicht ich bin dran dann kommt mein Straßenmusikant der hier vor der Bahn auch er kriegt ein Stück Kuchen und eine Milch und ich kriege hier wieder zwei Sachen immer für ihn selbst ja das hat sich ganz gut gelohnt und dann darfst du noch einen in deiner Riesenschlange ablegen das kannst du dir mal überlegen ich gehe schon mal weiter hier zu mir Hipster mit Melone die habe ich ja dieses Espresso Kennchen also nur ein Kaffee dann gebe ich noch einen Zucker aus für ihren Kuchen das heißt mein Hype Track geht hoch um eins und ihr Effekt auch das heißt weil ich bei 5 ja schon bunt kriege jetzt zwei positive Bewertungen damit habe ich die beiden hier auch ab die Prüfstück und Piet ist schon wieder an der Reihe wer kennt es nicht das Problem mit der Milch ja dann mein Cocktail Kerner wird bedient da kriege ich eine positive Bewertung Tabea Great Verity Ask for the Special Klava und ich kriege eine eine Tür heißt du heißt du kriegst jetzt einen Laufkundschaft einen direkt hinten an deiner Reihe na toll solltest du hier die Studenten am Donnerstag nehmen und die abfertigen können mit zwei Donuts dann kommen nochmal zwei hinten an deine Tür ran Laufkundschaft ist halt immer so eine Sache jetzt mal die Tür abgeschlossen was geht denn noch du kannst da noch aber da kannst dir doch noch ein bisschen was bedienen da kannst du noch ein bisschen was bedienen ich bin gerade am überlegen was ich mache Opa kann sie im Notfall rauswerfen ja möglich aber Opa wollte schon Oma rauswerfen so der Plan und was nehme ich dann nehme ich hier Milch ich muss Milch nehmen also habe ich Milch wo brauche ich Milch da brauche ich Milch und zwei Kaffee und Milch ich versuche mal hier die technische Direktorin gut Pete da haben wir nicht dran mit meinem Java Skript ich bewege hier aber mein Kaffee ich brauche jetzt zwei Bohnen und eine Milch dafür kriege ich aber auch eine gute Bewertung und dann gebe ich den noch mit einer beliebigen Süßigkeit um eins reduziert gibt es noch mal eine gute Bewertung und ich darf wieder hier eins von meinen Stil mit könnte mir jetzt wieder die Kaffeetasse holen aber ich glaube ich nehme mir noch mal einen neuen ich glaube ich nehme mir noch mal einen neuen Typ ich nehme mir noch mal meinen Typ glaube ich und zwar jetzt will ich mir hier noch mal ja das sind ja Punkte wir jetzt das hat man nicht vergessen am Ende ja Opa ist am Start Opa kriegt seine Bohne und da ich Oma nicht mehr bezahlen kann Oma wird abgelegt da ist sie weg Oma ist verstorben das tut mir leid nein jetzt macht er gleich so was Tragisches draus aber so ist es ja Omas müssen auch irgendwann mal gehen Ola hat sich von ihr getrennt jetzt will er sie nicht mehr sehen wird nicht weniger und tragisch das könnt ihr euch jetzt aus na machen wir mal weiter mit meiner App-Entwicklerin ich gebe wieder zwei Bohnen aus und eine Milch brauche ich ja noch hier ist noch die Milch irgendwie unterschlagen so ein bisschen zwei Bohnen und eine Milch und dann gebe ich noch ein Stück Zucker aus bekomme ich also zwei gute Bewertungen und darf wieder ein Icon hier triggern Kaffeetasse oder Laufgrundschaft Kaffeetasse ich hole mir mal noch ein Hitstar und ein Disco wie viele Disco People habe ich denn eigentlich glaube ich gar nicht so viel da bist du glaube ich der Disco Man bist du mehr vielleicht aber mit deinem Party Hengst ich hole mir einfach mal hier exzentrische Influencerin zack 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 ja Pete dann geht es bei dir weiter dann geht es bei mir weiter dann habe ich hier einen Fahrradkurier den ich bezahle mit einmal Zucker ich hole mir den extra Punkt hole ich mir nicht der ist mir zu teuer aber ich darf einmal hier was aktivieren und hole mir zwei Milch da durch wenn ich hier noch Milch brauche ja das ist super und zwar vor allen Dingen auch hier sowas würde ich jetzt auch gleich mal machen Hund auf Räder dafür ist mein Croissant wieder gut ich muss nur einen Zucker ausgeben trigger dann damit hier das Symbol und da werde ich jetzt es geht ja auf Karten ab Piet hat es schon gesagt der Löffel ist natürlich ganz cool weil ich kann jetzt mir sechs Bohnen nehmen das ist ziemlich drei vier fünf sechs und die brauche ich nämlich auch gleich hier für hinten ja hast du also auch erfüllt sagst du dann habe ich hier noch eine Groovy Schlagzeugerin die kriege natürlich auch beides kriege ich dann zwei Token einmal für sich selbst und einmal für die Tangle ja dann werde ich jetzt nochmal mit meinem lustigen Vermarkter abgehen zwei Kaffeebohnen eine Milch wir kennen ja das Spiel dafür gibt es eine gute Bewertung und ich kann so eine Fähigkeit triggern jetzt nehme ich die Bubble da nehme ich mir jetzt wieder hier einen raus und zwar nehme ich jetzt mal hier die Berghallen Stammgäste nein nehme ich mal weg was tut er was tut er der Alex ja und damit bin ich hier auf jeden Fall bei mir durch mit meiner Schlange und Piet ist noch am Start ja ich habe noch die technische Direktorin am Start die ja zwei Kaffee kriegt und eine Mild dafür dass sie bedienen wird kriege ich zwei gute Bewertungen und sie heißt Julie Konrad Z und es gibt noch zwei gute Bewertungen dann darf ich hier zweimal die gehen ja sowieso weg dann kriege ich zweimal hier die Glühbirne Glühbirne ja zwei Icons auf den Karten nur hier rechts Glühbirne sind rechts die Symbole die die da dein Päckchen sind die Ressourcen heißt ich kann mir noch Leute holen ne du kannst ja also richtigerweise sind es ja nur die Karten Icons Siegpunkt du kannst dir zwei Siegpunkte holen oder Laufkundschaft holen was ja Leute wären das würde gehen und du hast ja relativ viele Wohle erpasst alle außer Hipster ja genau das kannst du dir überlegen ja dann nehme ich einmal Laufkundschaft auf jeden Fall hol mir hier den Balken und was machst du denn noch ich hole mir hier den Junggesellenabschied verstehe verstehe ist ja auch ein Siegpunkt am Ende vielleicht so dann bin ich durch dann musst du mir jetzt mal helfen wie das hier mit zwei so einen Markern ist auf einer Person ja machen wir ich tausche hier mal ganz kurz ein dass wir gleich hier nochmal was haben ja dann sind wir wieder am Ende der Bedienphase ich hatte nur neutrale Kunden die werden einfach abgelegt so Piet hat jetzt ja wieder jede Menge Teile hier also jetzt wird es wird jetzt quasi immer ein Gute-Laune-Token runtergenommen und dafür bekommst du positive Bewertungen wie viele Gute-Laune-Tokens sind das fünf eins zwei dann gibt es jetzt noch drei vier fünf so damit ist jetzt auch unser Spielende eingeleitet worden weil hier gibt es keine Token ich wollte doch nur so einen Sack und die bleiben jetzt alle liegen und die halt mit noch ein Gute-Laune-Token die haben halt noch so ein Token drauf die bleiben dann tendenziell länger liegen oder müssen nicht bedient werden was halt krass ist weil du hast jetzt fünf Leute liegen und theoretisch wenn wir jetzt nicht das Ende hätten wo die nächste Runde wären ja fünf dazugekommen aber ja ich konnte mich jetzt nicht also ich wollte nicht das andere triggern ich hätte auch gerne noch hier so dafür hast du zu viele gute Laune-Sachen da wo die Party abgeht dann geht es jetzt aber trotzdem noch mal in die Weiterempfehlung ich habe ja nochmal hier bei mir oder ja doch ich habe bei mir hier die Hipster das Hipster-Symbol und hier unsere Startup-Leute Startup liegt nicht aber hier liegt noch ein Hipster-Typ zack Weiterempfehlung gucken wir mal bei Pete Pete hat ja wieder jede Menge Leute da rumliegen wie sieht es bei dir aus muss ich nur einen nehmen ja du nimmst denn nur einen ja du nimmst nur einen man hat es gehört den Radfahrer oder was ich weiß nicht ob du mehr Radfahrer hast als ich das kann ich aber du kannst nichts anderes nehmen oder doch ich könnte ne Musiker die habe ich ja abgelegt ja warum habe ich den abgelegt ja dann kann ich den Radfahrer nehmen ja damit waren wir in der Weiterentfehlungspfase und dann ist jetzt Feierabend also da müssen wir jetzt ja eigentlich groß nichts mehr machen sondern wir werden jetzt unsere Endabrechnung mal machen dann da bin ich ja gespannt kriege ich hierfür noch was oder wer puft das äh das ist eine gute Frage Pete da du jetzt noch am Ende so einen Marker hast wahrscheinlich wir können ja mal durchgehen was Eilpunkte bringt das äh können wir ja noch mal gucken genau ist ja auch nur ein Marker lass sie gut sein ja aber es kann schon sein dass es da noch mal ja tauscht alle bleibenden Zufriedenheitsmarker in gute Bewertungen genau dafür kriegst du also noch eine gute Bewertung ist ja total toll ja dann ich hab hier schon einmal umgetauscht also ich hab hier 10 wir können ja erst mal das so mal gucken dann hab ich hier eine negative Bewertung die wird sozusagen nimmt eine positive weg dann hab ich hier 1 2 3 4 5 die tausche ich jetzt mal zur besseren Sichtbarkeit hier um 15 16 17 ich hab erstmal 17 Bewertungen von diesem ganzen Bewertungsgrad dann hab ich ja hier zwei Achievements bekommen so ein Achievement ist jeweils 5 Punkte wert das heißt ich krieg hier auch noch mal ein 10er sozusagen können wir ja hier auch kurz mal dann hier schon mal uns hinlegen die hab ich hier sozusagen gerade ja und dann geht's ja hier das ist ein großer Bestandteil jetzt dieses Endabrechnungsspiel das ist ja so ein bisschen Fett Collection Piet wie viele Bewertung du hast du denn da alles aufgestapelt sind das alles 10er ja alles sind 10er dann guck mal dann gebe ich den ne ich finde das so schön ah ja ok verstehe 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 ok also aktuell ist Piet schon mal mindestens mit 10 mehr ja und jetzt nehmen wir alle unsere Karten die wir hier haben alle unsere Gäste und teilen die jetzt mal in ihre eigenen Gruppierungen auf ja nicht nur die Gäste oder na doch schon weil da die lassen wir hier liegen die Icons die wir sonst sehen aber unsere Gäste die teilen wir auf die wurden noch auch ne die nur das was du hier siehst ja nicht übereifrig werden also die ganzen Tresen und Stilverbesserung Stilverbesserung da sieht man ja die Icons aber bei den Tresenverbesserungen sieht man nur den letzten na gut dass ich das andersrum gemacht entschulde ich jetzt aber noch ein bisschen du schon eher zum Sieb kannst du noch ein bisschen schummeln verstehe ist ja auch egal Freunde gehen natürlich hier nicht so mit ich habe immerhin schon mal aus jeder Gruppe habe ich mal Karten das ist ja auch schon mal da bist du schon mal besser als ich ja der sieht sie hier vor mir ausliegen ich habe die jetzt gemacht und jetzt werden alle Icons die wir auf den Personenkarten und vor uns ausliegen also Tresen und Stilverbesserung werden zusammen gezählt und wir beginnen quasi mit hier mit diesem Achievement den Radfahrern das heißt wir gucken mal der hat am meisten Radfahrersymbole ich habe nur einen Rund auf Rädern und auch kein Symbol vor mir auslegen und bei Pete sehen wir das jetzt schon Pete hat da vier Radfahrer keine Symbole also Pete hat vier Symbole und ich eins damit bekommt Pete diesen Award und der Award sagt jetzt Radfahrer mal also die Anzahl seiner Radfahrer ist quasi ein Punktwert also hat Pete vier Radfahrer da liegen bekommt er also nochmal vier gibst du einen ab kriegst du hier fünf so ja ich habe damit sozusagen nichts gerissen hier können wir auf den Ablagestapel oder da hinlegen dann geht es weiter nämlich hier mit den guten Hipstern ich habe bei mir seht ihr das vielleicht auch hier ich habe hier ein Hipster-Symbol und dann habe ich hier drei Hipster-Besucherkarten das bin ich also bei vier Hipster-Symbolen ich habe ein Hipster-Symbol Pete hat ein Hipster-Symbol also ich habe vier Hipster-Symbol aber ich habe hier nur drei wirklich Besucherkarten das bekomme also für diese Karte drei Punkte und ich war ja hier bei zwei plus drei sind fünf tausche ich das also ein fünf und fünf sind zehn da komme ich jetzt so langsam in so eine Sphäre wo Pete irgendwie ist gut es geht weiter jetzt weißt du er zieht das gleich alle Achievements ab es geht weiter hier mit den Startup-Leuten da habe ich vier fünf sechs sieben Symbole eins eins dann kriege ich jetzt weil ich vier Leute habe kriege ich halt vier Punkte aber du hast schon so gut vorgelegt du bist auch schon bei 30 ich habe 35 und du bist jetzt bei 35 oder 34 dann kommen jetzt die Party-People Pete wie viel Party-People-Symbol hast du ich habe zwei zwei uh Party-Tiere ja das teilen wir uns jetzt einfach auf jeder kriegt zwei Punkte also das kriegen wir beide jeder bekommt zwei Punkte damit die Punktzahl höre ja ja genau das wäre jetzt quasi ja plus minus null hast du vollkommen recht ja dann die Musiker-Pete wie viel uh da habe ich nur zwei Icons du hast fünf Icons aber nur drei Leute bekommst du drei warte es gibt zwei wieder dann kannst du den auch umdrehen auf den Zehner oder so okay wie du magst okay und das letzte sind jetzt die Touristen habe ich nicht da habe ich zwei Touris bekomme ich also nochmal zwei Punkte okay das heißt wir können die jetzt alle zusammenzählen eins zwei drei vier fünf oh nein was du hast vierzig ja wie man sieht und ich habe war knapp hast du gut aufgeholt bist du bist du bist so weit vorne ich habe 38 Punkte zu vierzig ja Ressourcen noch oder Startspieler oder du hast nö also du hast ja jetzt wir haben die Auszeichnung der Gruppen gemacht zähle dann alle gute Bewertungen zusammen bei Gleichstand würde man noch die verbleibenden Ressourcen aber es ist kein Gleichstand 38 zu 40 wie gesagt ich glaube vielleicht haben wir die schlechte Bewertung das war schon mal eins vielleicht haben wir den ein oder anderen kleinen Fehler mit eingebaut das kann ja natürlich passieren so kleine Details was auf jeden Fall so wichtig ist hier steht es ja auch nochmal drauf die Symbole der Karten da habe ich auf jeden Fall einmal was von dem Tableau getriggert also ich hätte quasi dieses eine Hipster glaube ich aber das hat ja auch bei den Sachen jetzt nichts zu fragen gehabt ungefähr ziehste Bean Pete schmeiß doch nochmal die Schachtel rüber ich gebe es dir mal lieber zack boom es ist also hier wirklich jede Menge drin es gibt nochmal extrem wirklich viele Karten wir haben ja hier noch das das ist mal so ein Kartenpack so eine 20 Karten das sind jetzt hier das Board Game Media wer sie kennt jung und dynamisch das sind so kleine Zusatzpacks genau die dann halt hier einen so was einen so eine Gattung sag ich jetzt mal setzen ja die Art der Kunden und hier zur Art der Kunden was wir hier haben also das sind jetzt nur nochmal Sets für die Personengruppen also wir haben wirklich nochmal das kann ich und jeder hat halt auch andere Mechaniken da werden in dem Buch auch verschiedene oder in dem Regelwerk werden auch verschiedene Sachen vorgeschlagen das heißt je nach Bezirk wo man so spielen möchte ja das ist ziemlich unterteilt dass man dann bestimmte Fähigkeiten hat und da kann man sich halt komplett austoben das heißt man kann immer wieder was variieren wenn man das schon kennt da kann man gerne immer mal schauen und ich finde auch interessant dass die Fähigkeiten von den Leuten die werden hier nochmal erklärt auf den Anschiefen so viele Karten also gibt es noch mehr ja naja weil es ja für die ganzen gibt es ja noch für die Stilerweiterung willst du denn und für die Sachen da gibt es natürlich um das nochmal festzuhalten was für Personengruppen es hier noch gibt ja also wir haben noch Studenten Auszeitnehmer Brotlose Künstler Performer Straßen was Straßengelehrte Techniknerds Rebellen Kriminelle Autoritätspersonen Glückliche Familie Gesundheitsbewusst Oberschicht Modefans Hungrige Bretter Freundliche Nachbarn Kaffee Feinschmecker Brettspielgeeks Boardgame Media und Quality Beasts das wie gesagt und von diesen Sets werden halt immer sechs Personengruppen zusammengestellt ihr seht schon das ist alleine ein krasser Haufen der dabei ist wie gesagt wie Brettspielgeeks Boardgame Media und Quality Beasts das sind nochmal so kleine Promosets die drei kann man jetzt nochmal rausnehmen aber es ist wirklich eine krasse Varianz durch diese Personengruppen die da drin sind und die haben dann ihre eigenen Stil- und Krisenverbesserungen noch dabei ja oder halt Unfähigkeiten und es gibt auch noch einen Solo-Modus ja gibt es auch noch eine Kampagne ja und wie gesagt das eigene Buch hier was irgendwie das ist das ist das ist das ist die Anleitung hier ja und das Erweiterungsbuch ist auf jeden Fall nochmal doppelt alles sehr schön ausverkauft ihr habt ja hier schon ein bisschen gesehen hier sind noch so extra Marker die geben auch nochmal Punkte zusätzlich die sind hier schon noch so ein paar Deluxe Komponenten für bestimmte Spielmodi braucht man noch so ein paar extra Tokens die gibt es als Pappe hier gibt es die nochmal als Deluxe Sachen die kann man einfach gerne auch für andere Dinge benutzen aber nicht essen bitte nicht essen denn hier die Q-Bees von Quality Beasts die kleinen Figuren die kann man sich auch die roten Panda die kann man sich auch noch extra holen kann die quasi für seine Barista Miepel nehmen oder einfach in anderen Spielen also das ist durch die Kickstarter Kampagne ist halt auch viel an Content dazugekommen den sozusagen die Backer im Laufe der Kampagne sich entscheiden konnten die man nicht zwingen muss die man da gibt es glaube ich noch ein paar Sachen die kann man jetzt sich noch dazu kaufen aber in der Grundbox ist wirklich schon so so viel drin und ich sag nur Inhalt 572 Spielkarten genau 210 Ressourcen aus Kunst hat ja und sollte es nicht genug sein weil ihr sagt wir sind eher 5 bis 6 spielen wir das hier gerne dann gibt es noch eine extra 5 bis 6 Spieleerweiterung da gibt es dann wie gesagt noch mal ein paar extra Karten um auf das zu kommen ein paar extra Ressourcen und halt zwei neue Cafés da nicht wundern der Text hier hinten ist auf Englisch drauf die Ikonografie die ist ja sprachenneutral der Text in der Haupt sag ich mal im Core Game hinten auf diesem Cafés der ist in Deutsch aber das ist zu vernachlässigen das ist so ein bisschen der Flavor Text auf diesen Sachen ja das finde ich auch sehr schön übrigens mal gucken wie ich diese hinkriege weil auf jedem Café hinten das ist echt eine Anerkennung finde ich da sind die Leute nochmal die das führen abgebildet und auch noch eine kleine Notiz geschrieben was denn dieses Café so ausmacht coole Sache eigentlich finally it's here auf jeden Fall auf jeden Fall ja auf jeden Fall Hunden Deckbilder so viele Sachen und da müsst ihr selber entscheiden ob ihr das da haben wollt die Box wird es so aber auf jeden Fall nicht nochmal geben die wird nicht nochmal reproduziert werden so wie sie ist so viele weiß ich schon das heißt also wenn ihr es wirklich haben wollt jetzt zu klagen meinst du ja wenn ihr es noch kriegt dann www Quality Beast Quality Minus Beast steht noch mal drauf also viele Karten kann man nicht anders auf jeden Fall aber die Spielzeit verlängert sich hier sind es 60 bis 90 Minuten bei 1 bis 4 bei 5 bis 6 ja okay verständlich natürlich ja ja aber das ist ja richtig wir haben jetzt ja auch ein bisschen länger gespielt aber wir haben auch alles erklärt was wir gemacht haben das kostet natürlich immer doppelt also normalerweise spielt man ja so nicht dass man hier immer noch erzählt ich mach das und das und dieses das kennt ihr ja von uns damit ihr da ein bisschen besser klarkommt und besser nachvollziehen könnt was wir hier machen ich würde sagen wir machen mal die kleine Espressotasse da voll ich glaube das ist sogar ein Maß für einen kleinen Espresso ja gucken wir mal damit wir noch ein bisschen Pumpe kriegen auf jeden Fall ich muss ja noch nach Hause kommen wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zuschauen ja es hat wieder viel Spaß gemacht ich hoffe es hat euch gefallen ihr könnt Kommentare natürlich unten wir wollen jetzt auf jeden Fall nur gute Bewertungen wobei eine negative Bewertung du kriegst schon die habe bestimmt ich geschrieben sehr gut in dem Sinne auf bald ciao ciao